Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 33. Folge unseres Podcasts Man glaubt es nicht. Es ist die 33. Folge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns auch diesmal über Kommentare von euch, die ihr auf man glaubt es nicht.wordpress.com hinterlassen wird und sollt. Heute steht eine ganz besondere Folge an und zwar haben wir uns überlegt, wir haben das ja schon mal mit dem Islam gemacht, was ist das eigentlich, woher kommt das und wir haben versucht so ein bisschen Aspekte des Islams zu beleuchten und heute wollen wir uns mit dem Judentum beschäftigen. Was ist das eigentlich, woher kommt das und wenn ja, wie viele? Dann haben wir angefangen so eine grobe Liste mal von Themen zu erstellen, die wir interessant fanden in dem Zusammenhang und da ist uns aufgefallen, dass es eigentlich so viele Sachen gibt, die man besprechen, erläutern, nachforschen, recherchieren kann, dass das wahrscheinlich viel zu viel wird für eine einzige Folge. Also haben wir den Plan gefasst, diese Folge in zwei Folgen aufzuteilen. Heute also der erste Teil. Also quasi wie das Tote Meer. Wie das Tote Meer. Zwei Teile in der Mitte ungefähr und dazwischen entsteht natürlich eine Gasse. Eine Gasse der Dürre und Trockenheit, durch die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, darben müsst, während ihr wartet, dass dieser zweite Teil dann endlich auch mal kommt. Heute ist ja der erste Teil, also wie gesagt. Wir haben uns vorgenommen, vielleicht schaffen wir es, folgende Themen oder Aspekte heute für euch durchzunehmen, zu erläutern und zu besprechen. Oliver hat sich angeguckt, das Judentum heute, ethnische Gruppen und die fünf Zweige. Ich versuche euch zu erklären, was Zionismus ist. Der Oliver hat die Quellen des Tanach und Talmud erforscht. Martina hat sich mit einer Frau beschäftigt, die ausgestiegen ist, Frau Deborah Feldmann. Und dann haben wir noch einen Exkurs in die 613 Gebote Gottes erklärt. Wenn wir das alles in dieser Folge schaffen, können wir uns selber herzlich beglückwünschen, würde ich sagen. Oder? Auf jeden Fall. Also auch diesmal wissen wir, es ist ein hoher Anspruch, ob wir den erfüllen oder wie entscheiden. Also es geht nicht darum, jetzt komplett alles über Judentum zu erzählen, was es gibt oder so. Aber wir wollen halt verschiedene Aspekte beleuchten und dass man so ein bisschen was näher bringt. Und uns selbst übrigens auch. Das stimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe heute meine Brille vergessen. Ich habe auch keine Brille. Kann sein, dass ich ein bisschen unklar rede. Ich bin sehr, sehr müde. Deswegen kann es auch sein, dass ich auch unklar bin. Deine Entschuldigung, unklar zu reden, Martina. Ich habe meine Brille dabei. Also du bist heute die Einzige, die die Klarsicht hat. Wunderbar. Das ist sehr schön. Aber nichtsdestotrotz. Alles ist rausschneiden. Fangen wir, glaube ich, mit Olivers Thema an. Die ethnischen Gruppen und die fünf Zweige des Judentums. Jo, dude. Also. Okay, das ist schwierig. Das glaube ich sofort. Also der Anstieg sollte relativ einfach sein. Wie viele jüdische Leute gibt es eigentlich? Aber das ist schon ziemlich schwierig. Es gibt ungefähr 13 Millionen Leute jüdischen Glaubens auf der Welt. Ich habe auch Zahlen gefunden, die reichen von 10,5 bis 15 Millionen. Je nachdem, wer zählt und welche politische Agenda er vielleicht verfolgen mag. Es gibt keine oberste Autorität, keine zentrale Autorität im Judentum. Das heißt, es wird auch nicht irgendwie zusammengerechnet oder sowas. Das mag jede Person für sich selber machen, die sie interessiert. Die meisten, ja? Ne, interessant. Ich sage ja, weil das ist also, mich erinnert das ein bisschen an den Islam, weil da ja auch offensichtlich keiner ist, der alle zählt. So wie in der katholischen Kirche, wo offensichtlich alles katalogisiert. Mich interessiert, mich erinnern sehr viele Sachen hier raus an den Islam. Respektive eigentlich eher umgekehrt. Ah ja. Aber na gut. Also die meisten jüdischen Leute leben in den USA und in Israel. In den USA sind es zwischen 5,3 und 9 Millionen Juden. Also weiß man schon nicht genau. Okay, ja. Aber meines Erachtens eben die USA in ihren Volkszählungen gibt es ja alle zehn Jahre in der Volkszählung auch nicht, welchen Glauben die Leute haben. Also im Gegensatz zu Deutschland halt. Und es ist das einzige Land, das signifikante Gruppen hat aus allen fünf Zweigen des Judentums, die es da gibt. Ah ja. Die sagen, allein in New York leben ungefähr etwas weniger als zwei Millionen Juden. Also insgesamt 9 Prozent der New Yorker sind Gesamtbevölkerung. Das heißt, New York ist die größte jüdische Stadt der Welt. Das ist ja cool. Also größer als der Ballungsraum Tel Aviv zum Beispiel, der dann die nächstgrößere Stadt ist. Hey. Aha. Wie viel Einwohner hat Tel Aviv? Tel Aviv hat 440.000 Einwohner. Ach so, kleines. Klein. Israel hat 6,2 Millionen Juden. Das heißt, dass ungefähr 25 Prozent der Israelis Juden sind. Also der Leute israelischer Staatsbürgerschaft sind Juden. 20 Prozent, also 2,1 Millionen sind Araber. Als Randbemerkung vielleicht, wenn man die mit denen im Westjordanland und dem Gazastreifen zusammenzählt, dann wäre es bei einer Annexion dieser beiden Gebiete in Israel eine nicht-jüdische Mehrheit. In Deutschland gibt es etwa 100.000 Leute, die in den jüdischen Gemeinden gemeldet sind. Die Zahl nimmt in den letzten 15 Jahren leicht ab. Aha. Also die Zahl nimmt leicht ab in den Jahren. Das mag einfach demografisch sein. Vielleicht haben die Leute auch keine Lust mehr. Ja. Da stellt sich dann die Frage, wen zählen wir hier als Juden? Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wer statistisch in solchen Statistiken als Jude gezählt wird und wen würden wir hier am Tisch als Juden zählen? Ich denke, wir sind da pragmatisch und zählen diejenigen Leute als Juden, die sich selbst als Juden bezeichnen. Da würde ich zustimmen. Das haben wir mit dem Christen genauso gemacht. Also man kann da jetzt theologisch versuchen, irgendwelche Haken einzuschlagen, aber das wird dann sofort schwierig. Und der hat gesagt und die hat eine komische Nase und so weiter. Deshalb, Leute, sagst du zu mir, du bist Jude, bist du Jude? So würde ich das auch machen, ja. Die Leute sollen sich selber als das identifizieren, dann glaubt man. So, wie sehen in der Tendenz jüdische Leute, ob jemand Jude ist oder nicht? Das ist natürlich gleich kompliziert und es gibt keine gemeinsame Regel, aber man ist eigentlich dann Jude, wenn man von der lokalen Gemeinde als Jude anerkannt wird. Ah ja. Dazu kommen dann zahlreiche Sonderregeln, die sich über die Zeit, über die einzelnen Gruppierungen und durch die Regionen ändern in die eine oder andere Richtung. Das ist natürlich auch alles heiß umstritten. Ja, wie bei den Christen ja auch. Die einen Christen sagen zu den anderen Christen, ihr seid ja gar keine richtigen Christen und so. Also unter den Christen ist das ja viel umstrittener, wer Christ ist, als von außerhalb, ne? Finde ich. Ja. Kann man ja auch in unserem Blog auch schon sehen, teilweise die Unterhaltung mit Don Gamillo, der dann irgendwie ganz für sich definiert, wer eigentlich nur Christ ist und so. Und wir jetzt auszustehen, die irgendwie versuchen, von außen zu sehen, ja, wer seid ihr denn jetzt? Gut. So, dann gibt es noch, also aus der Frage, wann ist man offiziell Jude, ergeben sich noch Tochterfragen, nämlich wie wird man Jude und wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Wie man Jude wird ist, man hat jüdische Eltern, das ist auch nichts Neues, da wird ja immer die jüdische Mutter zitiert, das gilt aber offensichtlich auch nicht in allen Zweigen. Oder du wirst jüdisch erzogen, das heißt, du wirst quasi per Abstammung Jude. Oder man bearbeitet den Rabbi und die lokale Gemeinde so lange, bis sie einen halt als Juden anerkennen. Dann bist du konvertiert. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen, so ein Bericht über jemanden. Musst du da auch so Sachen aufzählen können und so? Ja, die machen das nicht leichtfertig, denn das geht zusammen mit der Antwort auf die Frage, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Jüdische Gemeinden erkennen grundsätzlichen Abwenden oder Austreten nicht an. Das heißt, bist du einmal Jude anerkannt, bleibst du das auch. Mit welchen Folgen? Gar keine. Aber sie lassen sich quasi nicht geistig-moralisch gehen. Das hat auch einen pragmatischen Grund, zu dem wir später kommen können. Dann gibt es sowas wie ethnische Gruppen im Judentum. Ethnische Gruppen habe ich hier in Anführungsstrichen gesetzt, weil das alles komisch ist. Da gibt es zum einen die aschkenasischen Juden. Das sind die Leute, deren Vorfahren in Deutschland oder Frankreich lebten und dann später nach Osteuropa oder teilweise auch in die USA ausgewandert sind. Das sind also Juden, kurz gesagt, die historisch in christlich beherrschten Gebieten lebten und da ihre Kultur weiterentwickelt haben. Und dann gibt es die sephatischen Juden, deren Vorfahren zu Zeiten der islamischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel gelebt haben und die dann vor der christlichen Erhöhung geflohen sind und sich dann im Mittelmeerraum und im Nahen Osten und so weiter in Nordafrika angesiedelt haben. Also die sephatischen Juden, die Juden sind die Leute, die historisch in muslimisch beherrschten Gebieten gelebt haben und da ihre Bräuche entwickelt haben. Und die aschkenasischen Juden sind die, die aus christlich beherrschten Gebieten kamen. Da gibt es noch ein paar neu aufgekommene Begriffe. Die zabarischen Juden, das sind die Leute, die in Israel geboren wurden, also auf dem Gebiet des Staates Israel. Da es noch nicht allzu lange ein Staat Israel gibt, gibt es diese Leute auch noch nicht allzu lange. Und dann gibt es noch die misrachischen Juden. Das sind Leute, die auf dem arabischen Gebiet lebten, also so um Israel herum. Und noch so kleinere Gruppen, die meinten, nein, wir wollen aber auch und so was. Und vielleicht zum Thema ethnischer Zusammenhalt. Ich habe da mal versucht, ein bisschen reinzugucken. Also es gibt eine ganze Reihe von genetischen Untersuchungen, ob die einzelnen jüdischen Gemeinden mehr Eigenschaften gemeinsam haben, mehr Eigenheiten miteinander gemeinsam haben, als mit ihren jeweiligen Umfeldern. Also ob eine jüdische Gemeinde in Miami mehr mit einer jüdischen Gemeinde in Polen gemeinsam hat, als mit jemals da, wo sie lange leben. Aha. Ne? Halt umzugucken, ob die wirklich ethnisch abgrenzbar sind, als in Anführungsstrichen das jüdische Volk, oder ob das nur kulturelle Einheiten sind, die sich kulturell abgrenzen. Ja, ja. So was ist, also die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist sehr umstritten und man beschimpft sich auch sehr heftig gegenseitig. Oh je. Das Ganze ist also enorm religiös verbrämt und da ist sehr viel Desinformation unterwegs. Ich kann es einfach nicht sagen. Also das Thema hat heilsgeschichtliche Bedeutung für viele Leute, weil sich ja viele orthodoxe Juden als Angehörige eines Priestervolks ansehen. Da muss man sich ja auch als Priestervolk irgendwie ausmachen können und da müsste jetzt ja eigentlich eine genetische Gemeinsamkeit sehen. Und die einen sagen, boah, voll krass und die anderen sagen, naja gut, das sind halt Polen. Ja, die sind mehr Polen als Juden sozusagen. Genau, 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 genau. Also Polen war jetzt, das sind nicht alles Polen, das war jetzt halt irgendein Platzhalter. Ja, als Beispiel von dieser Gemeinde oder Miami ja. Schon klar. Ja. Soviel vielleicht zu dem ethnischen Auffächern der Leute. Dann gibt es noch fünf Zweige des Judentums, die in Anführungsstrichen anerkannt sind, man weiß aber nie so recht von wem, die außerdem historisch im Fluss sind und sich permanent ändern und die ich nicht immer ganz klar trennscharf fassen konnte. Und sind das so Zweige wie auch im Christentum, wo so Schismen gekommen sind? Ja, aber es ist kompliziert. Okay, sehr gut. Ich fange vielleicht einfach mal an und sage mir, was über die Orthodoxie, also das orthodoxe Judentum, das ist, da ist der Alltag der Leute geprägt vom Einhalten der Gebote, die in der Tora und im Talmud niedergeschrieben sind. Und die sagen, wow, die ganze Tora, das ist das Wort Gottes, ja na gut, mit der Zeit ändert sich die Auslegung der Tora, was die Tora weiter entfaltet. Die sagen, da ist die Tora, da ist viel mehr, als man da eigentlich so liest. Wenn man ganz genau drüber nachdenkt, kommt es einem quasi noch so eine Dimension entgegen und da sind sie jetzt noch dann zu Gange, die weiter, ja, ausbauen will ich nicht sagen, aber dieses Wissen zu finden, was da drin ist. Immer weiter zu verstehen sozusagen, ja. Die sehen, wenn du also wirklich orthodox bist, dann siehst du das gesamte Leben als einen ganzheitlichen Gottesdienst. Ah. Und dementsprechend trägst du auch den ganzen Tag Gottesdienstkleidung. Das sind Leute, die, in Miami haben die halt ganz viel gewohnt, da habt ihr die auch gesehen, orthodoxe Männer, die da in der tropischen Hitze mit einer Kippa rumliefen oder mit so einem von diesen riesen Pelzhüten. Ja. Und dann so eine dicke Jacke mit Trotteln und schwarzen Klamotten und sowas und all diese Dinge. Die Frauen, da habe ich den schönen Ausdruck gefunden, kleiden sich sittsam. Die tragen also auch diese sehr langen Kleider oft und bedecken in der Öffentlichkeit ihr Haar. Ja, wenn sie das ernst meinen, das machen sie oft mit einer Perücke, das heißt, die Haare werden kurz geschoren, dann kommt eine Perücke drauf. Ach. Ja, aber ein Kopftuch, wie die anderen, das will man lieber doch nicht. Aber die Haare sich rasieren, ist ja auch okay, ja gut, okay. Und dann eine Perücke drauf. Das wirkt ein bisschen... Ja, wenn dir Gott sagt, du darfst deine Haare nicht zeigen und du bist aber kein... Dann sind halt die Haare von jemand anderem. Genau, weil du willst sehen, genau. Sind ja nicht die eigenen Haare. Dann kauft man sich Haare von Leuten, die nicht daran glauben, was man selber glaubt. Oh, du trägst meine Haare, ich trage deine. Ja, das ist sehr, sehr gut. Okay, ja, okay, gut. Okay. Also das ist ganz interessant. Diese Leute zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt versuchen, die meinen sie auf Scheiße, wir müssen uns an diese Gesetze halten und versuchen dann da irgendwie mit umzugehen in dem Alltag. Und zwar in diese orthodoxen Leute, die ultraorthodoxen Leute und so weiter, in denen sie sagen, oh, wir müssen uns daran halten. Wie machen wir das jetzt am besten? Und da kommt da was bei rum, was uns halt total auf absolut und lustig vorkommt. Aber die müssen irgendwie damit umgehen und das irgendwie in den Alltag integrieren oder darum bleibt dann... Genau, da gab es ja auch die Idee, dass sie einen Zahnseidefaden um ihr Wohngebiet spannen. Ach ja, ich ja. Und ihr wehnt euch, dass unser Nachbar-Podcast da mal in eine Art Starkkampf verfallen ist, deswegen. Und das sind halt dann auch die Teilgruppen der orthodoxen Leute, die sich an sowas halten, das sind ultraorthodoxe Leute durch Schassiden. Okay, dann gibt es noch das Reformjudentum als zweiten Ast. Manchmal sagt man auch liberales Judentum, aber die Bedeutung des Begriffs liberales Judentum ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Deshalb bleiben wir vielleicht lieber bei Reformjudentum. Das ist auch entstanden, los ging es im 18. Jahrhundert, aber eigentlich im 19. Jahrhundert in Deutschland und zwar zusammen mit dem Aufstieg des Bürgertums. Ja, dass nicht mehr der Adel alles im Griff hatte, sondern es eine bürgerliche Schicht gab. Und der Kerngedanke ist da, den die Leute hatten, so habe ich das verstanden, wenn wir die jüdischen Lehren analog zu der christlichen Reformation in Anführungsstrichen modernisieren, also werden wir die evangelische Kirche, dann werden wir von den Christen endlich als gleichrangig angeheizt. Ah, okay. Das heißt, die Gesetze der Tora werden jetzt nicht mehr Lebensinhalt, an dem man sich halten muss, sondern religiöse Literatur, Allegorien, ethische Richtschnur. Ja. Und die Rabbis sind zum Teil in die Synagoge gegangen, in evangelische Amtstracht, also mit so einem Kragen, so einem großen Kragen und sowas. Und es ging darum wirklich, den Christen das zu zeigen? Es ging darum, sich zu modernisieren und sich in die Gesellschaft einzufühlen. Ja, okay. Und die Gesellschaft waren halt die Christen. Mhm, verstehe. Was sie dann auch, ich habe dann das Zitat gefunden von dem Begriff von der Verkürzung, Vereinfachung, Ästhetisierung und Germanisierung des synagogalen Gottesdienstes. Ah ja. Also. Die müssen schicker machen. Das ist so eine Form der Integration in den Mehrheitsgesellschaft. Das würde ich auch so sehen. Das ist ein Integrationsversuch. Während die Orthodoxen sagen, nein, wir haben damit nichts zu tun. Wir sind ein Priestervolk. Wir dürfen das gar nicht. Die grenzen sich bewusst ab. Genau. Weil sonst gibt es ja auch keinen Priester mehr. Und dann wird der Gott sauer. Sagen die, die wollen zwar gerne Juden bleiben, aber die möchten sich irgendwie auch mitmachen dürfen. Ja. Das ist insbesondere eine Bewegung des städtischen Bildungsbürgertums gewesen. Und ist dann ziemlich schnell über alles, also hat ein Siegeszug auf die städtische jüdische Bevölkerung genommen. Die haben das also total sofort eingesehen, dass es eine gute Idee ist, während die Juden auf dem Land vielleicht eher so geblieben sind wie früher. So streng. Wie das halt so ist mit Leuten auf dem Land. Das ist auch, im Zug dieser Entwicklung sind auch diese romantisch klingenden deutsch-jüdischen Namen entstanden. Was weiß ich, Rosenzweig oder so. Birnbaum. Genau. Dann heißt es nicht mehr Schmulkohn, sondern du heißt... Birnbaum. Ja, genau. Samuel Birnbaum. So, das hat zwei Probleme ausgelöst. Erstens, das mit der Anerkennung hat nicht so recht funktioniert. Oh. Und zweitens, also die Kinder der Reformjuden, die zweite Generation ist dann scharenweise zum Original gewechselt und christliche und evangelische Christen geworden. Also Obst, zu ähnlich. Weil, äh, ja. Naja. Integration gelungen. Integration gelungen, aber das haben wir uns aber anders vorgestellt. Das ist lustig. Und da gibt's... Aber nachvollziehbar. Und das weiß ich nicht im Detail, aber ich glaube, als Reaktion darauf ist das konservative Judentum entstanden. Das ist auch im 19. Jahrhundert in Deutschland entstanden. Wie gesagt, ich vermute als Reaktion noch das Reformjudentum. Die sehen sich als zwischen dem orthodoxen Judentum und dem Reformjudentum stehend. Die haben auch verschiedene Gesetze und Praktiken des klassisch-orthodoxen Judentums reformiert. Und zentral ist so, die Offenbarung der Tora ist nicht mehr von Gott wörtlich am Sinai gegeben worden. Ja. Sondern über einen längeren Zeitraum von Menschen gemacht. Ach. Ja, ach. Immerhin. Dann kann man das Ganze plötzlich anders angehen. Ja. Mit Sicherheit. Und was sie dann auch machen im konservativen Judentum, die gucken sich halt historisch kritisch an, wie diese Schriften entstanden sind. Also quasi, die machen diese Forschungsmuster, theologischen Forschungsmuster in Anführungsstrichen. Ich habe Schwierigkeiten damit, Theologie als Forschung zu sehen, aber deshalb sind die Anführungsstrichen da. Aber die haben die Sachen übernommen, die die evangelischen Christen erfunden haben, um sich das Neue Testament anzugucken. Und haben gesagt, damit gucken wir uns erstmal die Tora an. So. So. Also ruminterpretieren und was heißt das denn eigentlich? Also Krawallexegese halt. Gott will, dass wir Demokraten sind. Ah ja. Okay, jetzt hatten wir die Orthodoxen, das Reformjudentum und die Konservativen. Jetzt gibt es den Rekonstruktivismus. Das ist eine Bewegung, die ist in den 1930er Jahren in den USA gegründet worden, aus der konservativen Bewegung raus. Das ist ein relativ kleiner Zweig. Der gehören ungefähr ein Prozent der Juden weltweit an. Oh. Vorwiegend wohnen die in den USA. Und die sehen Judentum nicht nur als Religion, sondern als eine sich weiterentwickelnde religiöse Zivilisation. Die auch andere Lebensbereiche und Aspekte umfasst, Geschichte, Literatur, Kunst, Musik, Sprache und so weiter. Die sagen, das Judentum ist ein Produkt menschlicher Entwicklung. Das ist durch verschiedene Phasen gegangen, mit völlig verschiedenen Bedingungen, unter denen es sich weiterentwickelt hat. Und das heißt, die Regeln und die Verpflichtungen und die Tradition und so weiter müssen von jeder Generation neu studiert, interpretiert und formuliert werden. Weil die Umstände ganz anders geworden sind. Ja, okay. Interessant. Die gehen aber nicht davon aus, dass bei diesem Umbau der Tradition, der Rekonstruktion, göttliches Eingreifen, also der inspiriert das nicht. Ja, okay. Ach, sehr interessant. Das sind rein menschliches Produkt. Ja. Und jetzt sagen unsere Hörerinnen und Hörer, aha, das sind also die Deisten. Ja, das sind die, die sagen so, ja, der Gott hat das mal gemacht, dann ist er weggegangen. Einmal den Initialzündungen gegeben und dann sich rausgehalten und das seinem Lauf überlassen. Genau. Ja, okay. Aha. Ja, und dann gibt es noch als fünften Ast des Jugendtums das humanistische Judentum. Da wird so ein bisschen gebrummelt, ob das jetzt wirklich offiziell ist oder nicht. Manchmal findet man das so oder so. Ich habe um ehrlich zu sein auch nicht rausgefunden, wer da einen Stempel drauf macht, ob das offiziell ist oder nicht. Aber es gibt viele Leute, die das so sehen. Das ist eine Bewegung im Judentum der USA auch. Die sehen als Quelle ihrer Identität die jüdische Kultur und die jüdische Geschichte anstatt des Glaubens an ein übernatürlicher Gottheit. Ah, ja. Das ist in den 1960ern erst entstanden, ich vermute, als Reaktion auf den Holocaust. Die haben sich das angeguckt und gesagt, das kann nicht sein. Hier stimmt was nicht. Und wenn die einen auf die Idee gekommen sind, wir müssen noch viel, viel mehr beten und uns ganz doll an die Gebote halten, haben die anderen gesagt, vielleicht gibt es den Gott einfach gar nicht. So, entweder der ist ein Arsch oder es gibt ihn nicht. Ja, okay. Also sagen sie, das Judentum ist jetzt auch eine philosophische Anschauung aus dem Humanismus, aus dem Säkularismus rausgewachsen. Also ihre Form des Judentums. Und die sagen, ein Jude, im Gegensatz zu den Leuten eben, sagen die, ein Jude ist einfach jemand, der sich mit der Geschichte, Kultur und Zukunft des jüdischen Volkes identifiziert. Okay, ja. Und die sagen, jeder Mensch hat die Macht und Verantwortung, sein eigenes Leben zu formen, unabhängig von einer übernatürlichen Instanz, ob sie denn da ist oder nicht. Das ist ja interessant. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer werden merken, das sind die atheistischen Juden. Die atheistischen Juden, ja, cool. Wow, jetzt macht das Wort auch mal Sinn. So, und jetzt gibt es sowas wie eine Statistik über die Verteilung dieser Gruppen in den USA, anderswo habe ich die nicht gefunden und die sagen, es gibt in den USA ungefähr sechs Prozent orthodoxe Juden, 35 Prozent konservative Juden, 38 Prozent Reformjuden, 2 Prozent zählen sich zu den rekonstruktionistischen Juden und der restlichen 19 oder 20 Prozent oder was verteilen sich auf die humanistischen Juden und irgendwie so kleinen Gruppen, die es noch am Rand irgendwo gibt. 20 Prozent atheistische Juden, das ist ja geil. Naja, das sind 20 Prozent der Leute, die offen sagen, dass sie atheistisch sind. Ja. Das sind viele. In den USA ist das schon viel, ja. Also für das offene Bekennen ist das schon eine ganze Menge. Und die glauben wirklich nicht mehr an ihren Gott, also an den Gott, an diesen jüdischen Gott. Ich glaube, die sagen, das ist total irrelevant. Nein, die sehen das als, ich kenne auch so Leute, die sagen, ich gehe ab und zu in den Tempel, weil ich in die Synagoge, weil das so nett ist. Da kommen alle meine Freunde. Aber die sind nicht gläubig. Nein. Das ist dann mehr sowas wie eine Tradition, wie für Atheisten Weihnachten. Ja klar, dann haben wir ein neckeren Braten und ein Familienfest, aber da glaubt man dann an das. Genau, wenn es nicht so komisch klingt, könnte man Kulturjute sagen. Ja, so Kulturweihnachtsfeierer. Ja, aber lustig, dass sie dann trotzdem noch Juden sind. Aber ja gut, die nehmen halt auch daran teil. Ja, okay, verstehe, verstehe. Es ist ja nicht nur der Glaube, es ist halt auch noch so eine Kultur, wie wenn man noch Weihnachten feiert und so ein bisschen. Vermutlich. So sieht das also heute aus. Sehr interessant. Status Quo. Genau. Wir können jetzt, was sollen wir mal auf dem Plan stehen machen? Da steht jetzt, was ist Zionismus? Was ist Zionismus? Habe ich mich gefragt und ich habe versucht, das rauszufinden und ich glaube, das gibt eine ganz einfache Erklärung, die ungefähr aus einem Satz besteht und dann wird es kompliziert. Also Zionismus, das Wort, bezieht sich nämlich auf den Berg, wo der erste Tempel gebaut worden ist. Das war ungefähr 800 vor Christus. Und der wurde 586 vor Christus zerstört und die Judäer wurden nach Babylon ins Exil getrieben und seitdem gibt es eine Sehnsucht und eine Hoffnung und eine Vision und so ein Streben danach, wieder zurück dahin zu gehen, wo man vertrieben worden ist und das wieder aufzubauen und wieder ein Volk zu sein. So ist praktisch das Wort Zionismus in diesem Ursprungssinn zu verstehen als die Idee, dass die Juden, die ja praktisch jetzt, wie wir auch gerade gehört haben, über die ganze Welt verteilt sind, überall gibt es sie, fast in jedem Land und die Idee, dass irgendwie alle einen Ort haben und einen Bestreben zu ihren Ursprüngen, zu so einer Wurzel zurückzukehren und wieder als ein Volk zu sein. Ich glaube, das ist die große Idee des Zionismus. Und das ist natürlich, ich meine, ich habe gerade gesagt, 586 vor Christus ist der zerstört worden, dieser Tempel. Das ist ja schon ein Begriff, der wohl offensichtlich schon total alt ist, älter als das Christentum zum Beispiel. Und deswegen hat er auch im Laufe der Jahrhunderte ständig Bedeutungswandel erfahren, weil die Juden sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte über die ganze Welt verteilt haben und so weiter, gab es auch lange Zeit gar nicht diese Bestrebungen in konkreter Form. Also, weil die Leute haben halt irgendwo gewohnt und waren da und haben sich da wohl gefühlt und hatten jetzt gar nicht konkret das Bedürfnis, da wegzuziehen. Und die haben sich ja da heimisch gefühlt, wo die waren. Und das war dann mehr so eine Idee in so einer Sagenwelt, so stelle ich mir das irgendwie vor. Aber jetzt nicht das konkrete Bestreben, da aufzubrechen, wo man wohnt und wegzuziehen. Ach, das ist ja interessant. Also seit 600 vor Christus gibt es diese Diaspora? Ja, so habe ich das verstanden in meinen Recherchen. Kann auch sein, dass ich ganz viele... Das ist die Urkatastrophe des jüdischen Volkes, dieser Verschleppung nach Babylon. Und viele andere Sachen sagen, es ist ein Echo darauf. Ja, genau. Das ist vielleicht ein deutlich schlimmeres Echo, aber es ist ein Echo darauf. Und das kann schon gut sein, dass das erstmal... Da ist ja auch die Sehnsucht entstanden, wieder nach Zählung zurückzukommen. Ja, genau. Ja, das ist ja interessant. Genau, also zwischendurch gab es auch immer wieder Phasen, wo das auch konkret versucht worden ist. Zum Beispiel kamen so... Da gab es in den Jahren 66 bis 70 nach Christus, da waren die Römer voll gegen die Juden. Die haben die dann so ein bisschen bekriegt und haben den verboten, in der Nähe in Jerusalem zu siedeln und so weiter. Und dann im Mittelalter gab es Gesetze gegen die Juden, das Christentum und der Islam erstarkten und verschlechterten die Situation von Juden, die irgendwo in Europa überall gelebt haben. Also es gab immer wieder ganz viele Situationen, wo es für die Juden immer schwieriger wurde. Und in solchen Situationen wurde dann diese Idee wieder en vogue, das zu konkretisieren. Und immer wieder gab es dann auch einzelne Juden, die tatsächlich versucht haben, dahin zurückzukehren. Aber es gab auch eigentlich den längsten, so wie ich das verstanden habe, der längste Teil der Zeit war es eigentlich so, dass die zum Beispiel ab dem Mittelalter in der neuen Zeit in Europa die meisten und auch in Amerika die meisten Juden der Meinung waren, nein, eigentlich muss das Ziel sein, wir sind ja hier zu Hause, wir fühlen uns jetzt zum Beispiel als Deutsche oder als Polen oder als Franzosen. Und dann ist das Ziel, sich hier zu integrieren und hier ein Franzose zu sein oder hier ein Deutscher zu sein oder wo man halt gerade lebt. Und dann kamen immer wieder irgendwelche Leute, die dann so die Idee hatten, ja wir müssen jetzt aber mal gucken, ob man nicht doch mal so einen Staat gründen oder dann gab es einen Amerikaner, der wollte so eine Stadt gründen und so lange Zeit haben die Mehrheit der Juden gesagt, nein, das ist total bekloppt, das ist total separatistisch, wir machen uns total unbeliebt dadurch, das ist auch überhaupt nicht nötig. Und die, die dafür waren, die haben immer gesagt, argumentiert, ja, aber das steht ja die Propheten, die haben das gesagt, das Volk wird wieder eins werden und nach Hause kommen und eigentlich haben alle vernünftigen Leute gesagt, ja, das ist aber so gemeint, dass wir uns hier integrieren, wo wir gerade sind und das besteht überhaupt keinen Bedarf daran, dass jetzt konkret auf einen Ort festgelegt wird. Und welcher Ort soll das denn sein? Wie gesagt, dieser eine Amerikaner, der hat dann so eine Stadt versucht zu propagieren, so eine jüdische Stadt, so eine Metropole und dann haben aber, das hat halt nicht viel Zuspruch gefunden damals und dann gab es sogar eine Zeit in England, wo die Puritaner gesagt haben, ja, das waren ja Christen, die Puritaner und die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt den Juden erlauben, überall zu sein, weil dann können die den Plan fassen, sich zu sammeln und wieder dahin zu gehen, wo die eigentlich hingehören. Das war jetzt, die Puritaner hatten eigentlich erst die Juden loszuwerden, haben das aber so formuliert, dass sie gesagt haben, nein, wir müssen denen erstmal erlauben, hier überall zu sein, in England und so weiter. Aber die Idee dahinter war, dass die dann, wenn die überall sein dürfen, sich dann zusammenfinden und die Idee wieder erstarkt, dass die eigentlich sich sammeln und weggehen. Perfide. Alle zusammen. Ja, die sollten ja nicht nur weggehen, sondern die sollten damit das Ende der Welt einläuten. Ja, und genau, wenn nämlich das passiert, wenn das, weil die Prophezeiung ist, wenn das so passiert, dass die Juden sich alle endlich wieder zusammentun und in ihr Land gehen, dann ist endlich das Ende der Welt da. Also es ging gegen den Leuten, niemand ging es um die Leute, sondern über ein Werkzeug in die eine oder andere Richtung. Ja, genau. Und dann kam natürlich, wie alle, also da gab es große Aktionen gegen Juden in Russland, in Europa und natürlich in Deutschland auch und so weiter. Und solche Verfolgungen und so haben natürlich immer dazu geführt, dass Juden flüchten mussten. Und ein Teil der Juden ist dann tatsächlich versucht, immer in dieses gepriesene Heimatland zurückzuflüchten. Aber zum Beispiel bei den russischen Programmen oder Verfolgungen, da sind die meisten nach Amerika geflohen. Und nur so kleine Randgruppen, die haben dann so sozialistische Ideen mitgebracht, die haben dann diese ersten Kibbutze da versucht zu gründen. Das waren so die ersten Versuche irgendwie, dass die Auswanderer halt nicht irgendwo hingegangen ist, wo es normal und cool ist, sondern halt diese Idee zu verfolgen, ja, wir müssen jetzt wieder dahin ziehen und so weiter. Und dann haben die halt so komische Sachen gemacht und so Sachen gegründet. Und irgendwann kam dann halt dieser Herr Herzl auf. Der ist ein super wichtiger Typ. Der kam auf und der hat gesagt, wir müssen jetzt mal hier die zionistische Weltbewegung gründen. Und der hat dann angefangen, so Kongresse einzuleuten. Wo war der denn unterwegs? Genau, der erste zionistische Weltkongress war 1897. Und der Herzl war der Meinung, dass das gut wäre, wenn tatsächlich ein konkretes Ort, also ein Land gefunden wird, wo der halt dann zum jüdischen Staat wird und wo dann alle hin können. Und dann war die Frage ja, wohin denn und wo? Und dann gab es so irgendwie, ehrlich gesagt, da war ich nicht verstanden, warum. Aber zwischendurch gab es die Idee, dass das Uganda wäre. Vielleicht könnte man da billig Land kaufen. Ja, wer weiß. Das hat sich aber zerschlagen, Uganda. Und dann wurde auf einem dieser Kongresse Palästina ausgerufen. Als das ist es jetzt. Palästina ist super. Und das war gerade auch unter britischer Verwaltung. Da könnte man wahrscheinlich jetzt auch noch eine ganze Podcast-Folge drüber machen, warum und wie die Briten dazu gekommen sind, da in dieser Verwaltung, von diesem Gebiet zu sein. Auf jeden Fall haben dann diese Kongresse sich immer weiter darauf versteift, wo soll jetzt also Palästina sein. Und dann gab es innerhalb von dieser zionistischen Weltbewegung so zwei Hauptströmungen. Die erste Strömung war von dem Herzl angeführt. Der war der Meinung, dass man über politische und diplomatische Versuche und Aktionen dazu führen sollte, dass man halt die internationale Staatengemeinschaft davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist und dann mit Unterstützung von der Mehrheit der Weltländer diesen Plan durchzieht. Also der wollte nicht einen Alleingang machen, sondern der wollte Überzeugungsarbeit leisten bei anderen Staaten. Weil wenn man einen Staat gründen will, muss man ja, wie gesagt, muss man ja das Land irgendwie auch kriegen und das muss ja irgendwie. Und der war so der Meinung, das ist cool, wenn man halt auf diplomatischem Wege versucht, andere Länder davon zu überzeugen und das mit dem großen Einverständnis der anderen Völker und Länder auf der Welt, dass man das irgendwie hinkriegt. Und dann gab es aber innerhalb von dieser Weltbewegung auch diese andere Strömung, der sogenannte praktische Zionismus. Die haben einfach gesagt, ja, es ist alles viel zu kompliziert. Wir machen das jetzt einfach, wir ziehen da hin. Einer von denen war so offensichtlich total reich oder mehrere, hat da super viele Länder reingekauft und die an Juden gegeben und dann ist diese Siedlung da einfach, hat dann stattgefunden. Und irgendwann waren so viele Juden da, dass dann haben sich da Verwaltungen gegründet und der zionistische Weltkongress hat dann gesagt, ja, da setzen wir hier ein Büro hin und dann können wir den Leuten da helfen. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Aber einen Moment, darf ich was fragen? Ja, ja. Aber warum, wenn das jetzt ja schon so lange dieser, ich sag mal, schwelende Gedanke war, der mal mehr oder weniger präsent war, warum hat das denn dann zu dem Zeitpunkt gezündet, als der Herzl da auf den Plan kam? Weil irgendwie wird das ja jetzt dann praktisch angegangen. Was war denn da der Hintergrund? Wie gesagt, das ist, das Thema... Da können wir ja immer verraten. Also ich würde zum Beispiel zwei Faktoren raten. Ich würde sagen, der erste Faktor ist die Integration, die liberale Christengesellschaft hat es nicht geklappt, sondern es gab Weiterverfolgung. In Frankreich die Drei-Fuß-Affäre, in Deutschland die... wie hieß es da noch? Aber vorher war es doch auch ungemütlich. Ja, und zum Zweiten, Kolonialismus. Es hat sich gezeigt, dass Kolonialisierung funktioniert. Zugang zu den Ländern. Das heißt, du kannst dich auch erst mal mit deinem Hausrat in Bewegung setzen, weil du sowas wie Dampfschiffe hast. Rein pragmatisch kannst du das plötzlich. Du kannst in Anführungsstrichen fernreisen. Du siehst, es funktioniert, wenn man irgendwo hingeht, also aus der Sicht damals und den Wilden mal zeigt, wie es geht. Sowas wird also plötzlich möglich, was vorher einfach unmöglich war. Ich hätte jetzt auch eine technische Komponente vermutet, ohne näher darüber nachzudenken. Vielleicht auch, dass man sich einfach besser eine Fähigkeit hat, sich besser über Länder hinweg zu organisieren, besser kommunizieren kann, einfach technisch das besser machen kann. Vielleicht brauchst du auch einfach diese gebildete Schicht des Reformjudentums, damit da so eine Bewegung rauswächst. Das ist interessant. Die Synagoge am Dorf wird das nicht organisiert bekommen, wie du sagst, eine internationale Bewegung. Das ist sehr interessant. Das ist auch ein Zeichen dieser Aufstieg des Bürgertums. Es muss erst mal die Schicht geben. Da muss die Technik stimmen und so weiter. Und dann hat man das auch schon mal gesehen, dass das funktioniert hat bei anderen Leuten. Das ist sehr spannend. Also mir fällt da auch so zu einem dieses, das ist ja so ein Zitat aus so einer Serie, ich weiß nicht, ob das noch woanders drauf zurückgeht, dieses, was ist das Mächtigste? Die Geschichte. Und dass so eine Geschichte so lange mit anderen Dingen natürlich zusammen so wirksam ist, das finde ich schon erstaunlich. Und dann sogar tatsächlich auch nach Jahrhunderten dann nochmal in die Tat umgesetzt wird, das finde ich schon sehr beachtlich. Was das für den Menschen bedeutet. Es ist auch nicht unmittelbar, damals finde ich, wenn man versucht so zurückzudenken, ist auch nicht unmittelbar der Schritt, oh das muss aber in Palästina sein. Wenn ich das richtig gesehen habe, wohnten da. Ich habe irgendwann im Spätmittelalter oder was, das in dem Buch, das ich gelesen habe, stand irgendwo drin, dass im Spätmittelalter überhaupt nur noch 600 Familien überhaupt lebten in Großjerusalem. Das heißt, es war auch eine minimale Minderheit. Die Stadt war nicht mehr jüdisch. Das ist ja das, was du meinst. Und deswegen vielleicht auch Uganda, Kolonialismus. Da kommt man halt auf irgendein Land, das verfügbar ist oder wo man es schön findet. Oder ganz pragmatisch. Hier steht in dem Buch, was ich gelesen habe, das ist von Michael Thilly, das Judentum. Das ist eine Einführung. Als die Türken im Jahre 1517 von Jerusalem Besitz ergriffen, lebten unter den ca. 13.000 Bewohnern der Stadt nur noch 600 jüdische Familienväter, zumeist Kleinhändler, Goldschmiede, Weber, Färber und Schuhmacher in großer Armut. Also eine Minderheit. Ja, dann war es halt so, dass dieses Gebiet ja wieder, wie gesagt, unter britischer Verwaltung stand und die Briten haben da irgendwie gesagt, ja okay, mach das halt. Und die hatten auch Rückendeckung von den arabischen Völkern, die da gewohnt haben. Und dann kommen ganz viele Sachen, die ich nicht genau verstehe. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg, wo natürlich eine große Fluchtwelle stattfand. Und dann haben die Völker, die da sonst noch wohnten, auf einmal gesagt, oh jetzt wird es aber ein bisschen viel über Briten. Mach doch mal da eine Regel. Und dann haben die Briten sich unter Druck gesehen und haben versucht zu sagen, okay, es dürfen höchstens nur noch so und so viele pro Jahr kommen. Und dann, ab da wird es richtig kompliziert, glaube ich. Weil diese zionistische Weltbewegung dann auf einmal sich gegen dieses britische Mandat gewendet hat. Weil die halt nicht wollten, dass es da so eine Begrenzung gibt. Und ja, ab da muss ich sagen, der Nahostkonflikt und also das... Ja gut. Das steigt meine Fähigkeit, das so darzustellen, dass das nicht komplett falsch ist. Im gewissen Sinne endet das ja mit der Staatengründung auch. Ja. Das ist ja, oder zumindest ein wichtiger Abschnitt. Wann wurde der dann gegründet? 1948. Die ersten Organe, die unter der britischen Mandatsverwaltung auf Basis dieser Balfour-Deklarationen die jüdische Ansiedlung aktiv fördert, das sind 1922 entstanden. Also ab da hatten die so Büros und bla bla bla. Und souveräner Staat? Die Staatsgründung war natürlich... Also der Brockhaus schreibt dazu, nach 1945 eskalierte der Konflikt vollends. Vorschläge zur Errichtung eines binationalen Staates ließen sich nicht verwirklichen. Mit der Resignation der Mandat Tarmacht und dem Teilungsplan der UN, der von den arabischen Staaten abgelehnt wurde, vor allem aber mit der Ausrufung des Staates Israel am 14.05.1948, wurde das Ziel der zionistischen Weltbewegung erreicht. Ja, noch in der Gründungsnacht erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Nordrhein-Libargon, Irak und Syrien, dem jungen Staat, den Krieg. Es ist ganz interessant zu sehen, was ein wichtiger Faktor war, warum denen das nicht mehr egal war, dass sich da irgendwelche Leute angesiedelt haben und da die Felder bewässert haben und angefangen haben zu handeln und sowas, war der unangenehmer, also der Einfluss der Deutschen. Da ist der Führer da runtergegangen und hat mal mit dem Obermufti gesprochen und der Obermufti mochte dann ach, die Juden nicht mehr so gerne da haben. Das war so ganz systematisch. Krass, ja. Ja, aber es ist total interessant, also mir war das jetzt so auch nicht so ganz klar. Ja, und es ist halt noch, also jedes Detail, was ich jetzt hält habe, könnte man noch viel weiter daran einsteigen. Das ist mega interessant, also das ist, weil das halt auch so eine lange Geschichte ist, die auch 800 vor Christus anfängt, also ist das ein Thema, was man beliebig lange ausführen könnte. Also es ist schon spannend, das stimmt. Und gibt es denn noch mehr Gruppierungen ohne ein Land? Es gibt ja bis heute Juden, die sagen, Sinti und Roma, die sagen, dass es eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, dass sich alle da jetzt hinbewegen, sondern die sagen, ich bin Franzose, ich lebe hier in Frankreich, ich brauche keinen Staat. Also das ist ja schon auch ein bisschen lustig, weil die Christen sagen ja auch nicht, ich bin Christ, ich muss jetzt in ein eigenes Land ziehen. Das ist schon eine Singularität, also das ist was ich von anderen Religionen nicht kenne. Ja, das ist schon interessant, aber die haben ja irgendwie scheinbar eben ihre Heimat verloren oder sie denken, sie haben ihre Heimat verloren. Ja, das ist interessant. Ob das wirklich so war, weiß ich zum Beispiel gar nicht. Das ist die Geschichte. Die Geschichte ist, wir haben unsere Heimat verloren. Aber das ist die Storyline. Ja, deswegen meine ich ja, das ist die Geschichte und Geschichten sind unheimlich mächtig. Story, genau. Das ist die Geschichte, die wurde nicht aufgegeben. Ich finde das ja total, ich finde das super, super spannend, dass daraus tatsächlich aus dieser Geschichte eine Staatengründung resultiert. Außer Story wird auf einmal Geschichte. Ja, es ist unheimlich interessant, finde ich, weil wenn man so über Religion nachdenkt und dann wirklich mal an den Kern versucht zu kommen, was macht das aus? Es ist ja viel Identität, eben Geschichten, die einen zusammenhalten, mit einer Gruppe identifizieren, sich abgrenzen gegen andere, irgendwo dazuzugehören. Und gerade diese Geschichten, das ist so etwas, wo man auch manchmal ein bisschen zu kurz greift oder einfach zu kurz kommt über diesen Humanismus, wo man ja oft sagt, der ist so kalt, der ist so kühl, die Atheisten sind so kalt und kühl, weil man diese blumigen Geschichten auch nicht hat. Diese schönen, total emotionalen Geschichten, wie dieses immer, die haben eine Jahrhunderte lange haben die eine Sehnsucht nach Zion. Ich meine, wie soll man da mit Wissenschaft gehen? Ja, das kann aber gut sein, dass sie eigentlich niemand wirklich hatte. Aber wenn du sie mal brauchst als Instrument, dann ist sie mächtig, wenn du sie brauchst. Das hast du ja genau richtig gesagt. Die leben alle wunderbar und sagen so, Zion hier, ist doch wunderbar in Paris. Das Problem ist, dass sie ja nicht da wunderbar leben, sondern das, also ich habe ja die, also für mich ist ganz offensichtlich, dass das Christentum ist auch so aufgezogen, dass es antisemitisch ist. Das liegt an den historischen Bedingungen, unter denen das entstanden ist und in welche Richtung es gepitcht wurde. In dem Kern ist das Christentum antisemitisch. Das will niemand hören. Aber ich finde, man kann das ziemlich einfach sehen. Vielleicht mal im zweiten Teil dieser Folge. Ja, ja. Aber daraus folgt ja auch, dass es in Damien irgendwo eine christliche Mehrheit gibt und da der Islam ja irgendwie auch nur als Zeug des Christentums gestartet ist, es vielleicht auch eine islamische Mehrheit gibt, dass die Leute da inhärent gefährdet sind. Das heißt, es gibt ja nicht nur den Wunsch, irgendwie mal nach Zion zu kommen, was auch immer ein Zion sein mag. Der Name, das ist ja auch mittlerweile, meint das ja einen anderen Berg, als den, den es zu historischen Zeiten, in den Artikeln, Zeiten gemeint hat. Also der physische Hügel ist ein anderer. Zion, der mit dem Namen versehen ist. Sondern du kriegst halt so viel Druck von außen, dass du sagst, wir müssen ein eigenes Land haben. Wir werden immer verfolgt werden. Ich habe im Buch hier gelesen, die Geschichte des Judentums seit der Diaspora, der Vertreibung aus Israel, da gab es keine, vielleicht war mal eine dazwischen, aber es sah so aus, dass es in keinem Land irgendeine jüdische Generation von jüdischen Leuten gegeben hat, die nicht massiv verfolgt worden sind. Im Sinne von, wir brennen ihre Synagogen ab, wir bringen sie alle um, wir werfen sie aus dem Land, zumindest nehmen wir ihnen die Kinder weg oder die Bücher. Aber ich glaube, es ist sogar noch eine Schicht komplexer, weil es ist, du sagst, die keine Generation war nicht diesem Druck ausgesetzt und dann ist die logische Schlussfolgerung, ein eigenes Land zu gründen. Ich glaube, es war noch komplexer, weil viele der Ideen, es gab viele Bücher darüber und Juden haben die selber auch geschrieben, wie lösen wir dieses Problem, dass wir immer wieder verfolgt werden. Und da war nur, das eigene Land war eine unter vielen Ideen. Ja, natürlich. Ich habe ganz viele andere Ideen. Natürlich, natürlich. Andere Bücher, die ganz andere Ideen hatten. Die haben sie dann aber halt vielleicht durchprobiert. Ja, keine Ahnung. Da wollen wir mal so sagen. Also genug Zeit war ja da. Es ist schon interessant, dass die Idee mit dem eigenen Land hinterher obsiegt und die anderen Ideen offensichtlich entweder nicht funktioniert haben oder sich nicht durchgesetzt haben. Also ich muss sagen, ich bin auch der Meinung, es muss eine jüdische Heimstadt geben. Ich sehe mich auch als Zionist. Welcher ist mir eigentlich egal, wo das ist? Mir egal. Und die sagen, ja, wir haben so viele alte Geschichten davon, dann sollen sie halt das nehmen. Das war damals eh bloß ein Stück Wüste. Ja. Ich finde das unmittelbar einsichtig. Ich finde das auch richtig und wichtig. Es ist bitter, dass das sein muss. Es ist auch, es hat ja auch immer so einen rassistischen Beigeschmeckle und so völkisches Beigeschmeckle, weil es denen ja auch um Genetik geht und solche Sachen dabei. Aber es hat auch so Beigeschmeckle von, wir haben eigentlich versagt, das andere Ziel müsste ja sein, dass man die zivilisierte Welt sich mal auf die Hinterfüße setzt. Wir, wir haben versagt, nicht die Juden, die Christen haben versagt. Dass man mal die Zivilisation dazu kriegt, dass man aufzuhören, diese Verfolgung stattfinden zu lassen. Das müsste das eigentlich jetzt wie sein. Und dann ist das eigentlich eine Kapitulation, wenn man sagt, okay, das haben wir nicht geschafft, jetzt ziehen wir uns halt zurück. Ich bin überzeugt davon, dass, ja natürlich, aber wenn deine Leute umgebracht werden, dann kapitulierst du halt. Natürlich. Wir haben es ja lange, lange ausgehalten. Ich würde es auch sagen, die Juden können, also ich glaube, die Juden können wirklich in Frieden sein, wenn das Christentum aufhört. Dann können die Juden in Frieden sein. Weil das Christentum auf Hass auf Juden aufgebaut ist. Und Islam und Judentum haben da ja auch nicht so ein ganz, ganz angenehmes Verhältnis, oder? Oder kommt das nur durch die Staatengründung? Also man sagt historisch, dass das aber einfacher war. Okay, also das hat dann viel die Staatengründung damit zu tun, weil da kommt es ja, ja durchaus. Ja, es gibt ja auch so viele Strömungen im Islam und dann, weißt du, knifflig. Also ich glaube, die Weichen zu diesen Kriegen sind vor der Staatengründung echt gewesen. Da führte, glaube ich, einfach kein Weg mehr dann vorbei. Also wenn wir irgendwo eine geile Insel aufgetan hätten und die hätten gesagt, die jüdischen Leute hätten sich darauf geeinigt, sagen, bam, da ziehen wir hin und trinken auch Margaritas. Ja, in Uganda lebt aber auch jemand. Ja, aber vielleicht sind da dunn besiedelte Ländereien, das weiß ich jetzt nicht. Aber gut, sie wollten es auch. Und ich verstehe, warum. Kann ich nachvollziehen. Eigentlich müsste ich auch wissen, warum das in Uganda nicht geklappt hat, aber das weiß ich leider nicht. Das habe ich nicht verstanden. Ja, weil das total Schwachsinnsidee ist. Weil das auch mit den Briten war. Polnische Leute nach Uganda zu transferieren. Naja, aber in Namibia ist alles voller und in Südafrika ist alles voller Holländer. Ja, das hat ja auch irgendwie geklappt. Auf eine sehr unschöne Art. Ja. Nun. Ja. Sie hat wie immer recht. Zu den wichtigsten Quellen der jüdischen Religion gehören die Tora, der Tanach und das Talmud berichtet. Ich glaube, der Talmud. Das ist eine gute Frage. Scheiße. Da fängt es schon an. Also ja, das ist auch, vieles davon ist einfach, ich sage mal, relativ allgemein bekannt. Ich mache es deshalb einigermaßen kurz. Also die Tora ist die zentrale Schrift des Judentums. Das sind die Bücher, die wir als die fünf Bücher Mose kennen. In Anführungsstrichen von Gott gegeben zu Sinai. Das macht auch nicht so rechtlich Sinn, wenn man jetzt inhaltlich darüber nachdenkt. Und Mose schreibt hier also auf, seine Lebensgeschichte, schreibt aber auch über seine Geburt und seinen Tod. Und kriegt das gleichzeitig alles so von Gott genauso diktiert. Ach, der kriegt seine eigene Biografie von Gott diktiert? Das ist ja stilles Leben. Scheiße, du musst aufschreiben, wie du stirbst. Das war jetzt wirklich sehr kleinkariert. Ja, das ist wahrscheinlich zu kleinkariert. Was? Natürlich. Ich meine jetzt aus Sicht der Religiösen. Ich würde in der nächsten Folge, wenn wir so mehr über die historische Entwicklung des Judentums und seiner ganzen Satelliten sprechen, würde ich vielleicht inhaltlich da mehr darauf eingehen, wie das so gekommen ist und warum das so ist, wie es ist. Das ist nämlich eigentlich ganz cool. Also, finde ich jetzt. Und jetzt würde ich da so ein bisschen einfach nur drüber hinweg, also das für so einen kurzen Abriss. Das versuche ich jetzt schon seit drei Minuten. Also, das hebräische Wort Tora bedeutet Gesetz oder Weisung. Und als genau das, sehen die das auch historisch und heute noch die orthodoxen Juden. Da drin sind unter anderem die 613 Gebote Gottes, zu denen wir später noch kommen. Was die machen ist, die einzelnen Synagogengemeinden haben halt jeweils eine Tora-Rolle. Da ist die Tora drin. Das ist eine große Rolle. Das ist irgendwie so rituell eingepackt in Silberdings oder sowas. Und es ist ein großes Pergament mit dem unpunktierten hebräischen Text. Hebräisch, das ist ja eine Konsonantenschrift. Und wenn du markierst so, jetzt kommt ein Vokal und welcher. Und wenn du das nicht machst, hast du einen nicht voll definierten Text. Das heißt, das ist so ähnlich wie, wenn du ein Deutsches vorstellst, du schreibst nur die Konsonanten auf und nicht die Vokale. Weißt man halt nie so genau, was da wirklich steht. Fuck AfD zum Beispiel. Ja, das A müsste dann ja weg. Ja, ja, genau. Aber das gibt ja diese Aufkleber. Ja, ja. Das kann alles sein, ne? Es könnte einiges heißen, aber hier ist man sich eigentlich, ich meine, wir hatten ja mal vor vielen Jahren, über den 100 Jahren, über den Koran gesprochen und kamen da zu sehr unterschiedlichen Deutungen, wenn man die auch in Konsonantenschriften verfasst ist. Hier ist man sich aber allgemein total einig, was da drin steht. Ach? Ja, da gibt es auch nichts zu deuteln. Also was die mal machen, also das ist ganz lustig, wenn so eine Rolle kaputt ist, dann wird die mal per Hand abgeschrieben und die alte Rolle wird beerdigt. Ah, okay. Jetzt habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich habe die Referenz nicht mehr gefunden, dass wir aus der antiken Zeit überhaupt nur eine einzige Tora-Rolle übrig haben. Denn man kann sich das ja vorstellen, also die Tora ist selbstverständlich unabänderlich und unverändert seit Moses Zeiten. Aber andererseits schreiben sie die mal per Hand ab und schmeißen die andere alle weg. Ja, das heißt, kannst doch nicht mal gucken, ob die denn wirklich so ist. Das wird aber, also das ist für mich so offensichtlich, was da für Gefahren lauern. Sagen wir mal, der Pfad ist eng und gewunden und in den Büschen lauert der Wahn. Aber die so, nee, nee, das ist aber so. Nein, nein. Und wir wissen auch, das ist zwar nur Konsonantenschrift, aber wir wissen jetzt genau, was da steht. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Das ist ja mutig, das alte dann auch immer wegzuschmeißen. Oder ist das vielleicht ängstlich, dass man sagt, es darf nur eins geben und nicht jeder darf es eins haben und so. Ich würde mal sagen, das hat viele Gründe. Das hat sehr viele Gründe, warum das so ist. Ja, was sie dann machen ist, das vielleicht auch so ein bisschen ist, dass sie dann in ihren Gottesdiensten dann nach bestimmten Regeln, gewissen Singen, Sagen, in gewissen Tonfolgen daraus vorlesen mit so einem silbernen Zeigestöckchen, was aussieht wie eine ganz kleine Hand mit einem ausgesprechten Zeigefinger. Genau, das habe ich gesehen. Damit da niemand mit den Fettfingern dran geht. Also das hat bestimmt ganz andere Gründe, aber... Da war ich mal in San Francisco im Jüdischen Museum und das war gerade neu eröffnet und die hatten eine Tora geschenkt bekommen von einer anderen jüdischen Gemeinde und das war, da hatten ein Ausstellungsteil war die Dokumentation darüber, wie diese Tora entstanden ist, die extra für das Museum angefertigt worden war und dieser Prozess, wie man also eine Tora kopiert, wenn eine neue jüdische Gemeinde entsteht oder man halt eine neue braucht und war da ganz, das ist ja schon dann so eine, ja, so eine Kunst, so eine Meditative, wo man mit diesem Zeigefingerchen aus Silber und dann bindet man sich so den Arm ab, dass es ganz wehtun muss und dann schreibt man nur ganz lange mit speziellen Stiften und das war total genau dokumentiert, wie was das für eine Kunst ist, dass halt diese eine Tora kopiert werden durfte und musste und sollte und das hat ewig gedauert und dann war das halt so ein richtiges Heiligtum in der Mitte von dem Museum, so diese Tora, das war echt faszinierend. Also die sich das ja für Mühe geben. Ja, aber mittlerweile kann man sich halt vorstellen, man kann ganz viele vergleichen, weil die halt im Internet sind oder so, aber wenn man jetzt so, was weiß ich, 300 vor der Zeitenwende unterwegs ist, dann bist du vielleicht der Einzige, der die Tore hat und wie gesagt, es gibt überhaupt nur noch einen Text aus der Antike, dann, ja, also die Textgeschichte ist dann vielleicht abenteuerlicher, als sie sich das vorstellen. Das scheint mir auch. Und vor allem nicht mehr nachvollziehbar, ne? Die Geschichte ist ja dann dadurch, dass man die Bibel wegschmeißt, eigentlich nicht mehr erforscht, gar nicht mehr. Ja, das ist doch vielleicht ganz praktisch. Das könnte manchmal von Vorteil sein. Ja. Ja gut, also das nächstgrößere, die Zwiebelschein-Modell um die Tora ist der Tanach. Das besteht also aus den drei Teilen der Tora, den Prophetenbüchern und den Schriften. Und das sind insgesamt 24 in hebräischer Sprache verfasste Bücher. Das wird von den Christen halt auch als jüdische oder hebräische Bibel bezeichnet. Also in Wirklichkeit ist das natürlich umgekehrt. Die Juden, das war deren Buch und die Christen sind gekommen und haben die Bücher kopiert und übernommen, umsortiert und sie bezeichnen die jetzt als ihr altes Testament. Aber das ist ja auch alles soweit ganz bekannt. Das ist ja nichts Neues. Und wenn das jetzt hier das Christentum wäre, dann wäre der Spaß jetzt vorbei, weil die göttlichen Offenbarungen mit Jesus gekennzeichnet haben. Die Bibel ist vollständig. Bumm, zack, Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, und im Judentum haben die alten Rabbis aber eine wirklich genialistische Kurve gezogen. Die haben nämlich gesagt, ja, wir haben nur danach gedacht. Jahwe hat dem Mose auf dem Berg Sinai nicht nur die schriftliche Tora übergeben, sondern auch detailliert mündliche Anweisungen nachgeschoben. Das ist die mündliche Tora. Oh, aus Gottes Mund? Natürlich. Und die ist, zumindest im Laufe der jüdischen Geschichte sah man das so, die ist unveränderlich und von direkter göttlicher Autorität und gleichzeitig immer nur dem jeweils aktuellen Rabbi bekannt, der die auch seinem Nachfolger weitergibt. Auf geheimnisvolle Art und Weise. Nein. Das ist ja stille Post auf höchstem Niveau. Das ist ja fantastisch. Also das ist ja irre. Unheimlich praktisch. Das ist sehr praktisch. Und ein Teil davon. Soweit man das feststellen kann, wurde nachher aufgeschrieben und ergab dann die sogenannte rabbinische Literatur mit den Ergänzungen und Einzelheiten der Auslegung der mündlichen und der schriftlichen Tora. Mündliche Tora ist ja ein Geniestreich. Ja, das ist wirklich ein Geniestreich. Also das hat mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Und das ist so. Es gibt jede Menge Sachen, die es da gibt. Am bekanntesten oder einflussreichsten sind, glaube ich, die Mischna aus dem dritten Jahrhundert und der palästinensische und der babylonische Talmud. Und das sind halt so Schriften, die sind oft als in Form von Streitgesprächen oder sagen wir mal kurzen Erläuterungen, wenn so ein Rabbi kurz an die im Inne wohnende Weisheit denkt und die dann, jemand schreibt die dann mit. Und das ist so eine Art Gespräch. Ich dachte, vielleicht lese ich da mal kurz was vor. Oh ja. Zwei Stellen. Da müsst ihr ein bisschen bei mir bleiben. Das ist nämlich nicht ganz so. Bücher. Es geht um Bücher. Besser gesagt, du hast ein Buch. Was machst du damit? Lesen. Kommt aufs Buch. Ah, sehr gut. Oh, Mathias. Also. Du hast die Frage gestellt, ob Bücher unter den allgemeinen Begriff Güter fallen. Meiner Meinung nach fallen alle Bücher unter dem Begriff Güter. Ausgenommen davon jedoch ist die Thora-Rolle, die man nur verkaufen darf, wenn man eine Frau heiraten möchte. Ach. Ja, ja, ist so. Wer sie aus anderen Gründen verkauft, wird niemals Segen aus dem davon erhaltenen Geld zu sehen bekommen. Deswegen gilt die Angelegenheit vom Teilmut her als unentschieden. Die Unentschiedenheit stellt aber bei einem Problem wie diesem eine Erleichterung für den Erben dar. Was? Die als Inhaber ihres väterlichen Erbes gelten, wo auch immer sie sich befinden. Hä? Also der sagt, ich weiß es auch nicht, oder was? Aber was ist das Problem denn überhaupt? Er sagt, was kostet der Fisch? Er sagt, darf ich ein Buch verkaufen oder nicht, oder? Das ist die Frage, oder nicht, oder was? Ja, nein. Du siehst, das geht, die haben ja, ganzes Leben ist da durchdrungen von den Gesetzen. So, und du hast ja was probiert, die Gesetze passen halt nie. Weil die halt irgendjemand, ein alter Ziegenhirn, das sich mal ausgedacht hat. Ja. Also nein, weil der, ne, der... Gott, das geflüstert hat. Gott sagt, das muss so. Ja, und jetzt geht das aber so nicht. Aber was mach ich denn jetzt mit den Büchern? Und ich glaube, da sind auch Leute dafür bezahlt worden, dass man an die Rabbis, die da saßen und über sowas nachgedacht haben. Und da ist dann ein Schüler gekommen und hat gesagt, du, wir wissen das, wenn man ein Buch erbt. Da gab es letztens einen Rechtsstreit zwischen zwei Brüdern. Der eine hatte ein Buch und der andere wollte das verkaufen oder sowas. Und dann kommen die auf sowas. Okay. Das wird auch noch deutlich abstrakter. Und noch abstrakter. Da steht, die Rabbinen lehren, wenn jemand die Hände wäscht, so sind sie rein. Falls er es, das ist jetzt aus dem, Moment, das ist aus der Mischnah. Die Rabbinen lehren, wenn jemand die Hände wäscht, so sind sie rein, falls er es beabsichtigt. Wenn er aber nicht, so sind sie unrein. Desgleichen, wenn er sie untertaucht. Beabsichtigt er das Untertauchen, so sind sie rein. Beabsichtigt er es nicht, so sind sie unrein. Ach, das ist ja toll. Das ist ja gerade so philosophisch. Ja. Aber es hat auch eine ganz praktische Beutung. Du kannst nicht aus Versehen ein guter Typ sein. Du kannst dich nicht aus Versehen an die Regel halten, ne? Nein, nur der Kopf muss auch dabei sein. Ja, aber jetzt kann man sich ja sehr spezifische Situationen vorstellen. Jetzt kann man sich vorstellen, das hat der Typ jetzt gesagt, ja. Und dann kommt der Schüler und sagt, aber was ist denn mit? Wir haben gelernt, wenn eine Welle sich löst und auf einen Menschen oder auf Geräte fällt, so sieht sie rein. Er lehrt dies von einem Menschen wie von Geräten. Wie Geräte nicht beabsichtigen, ebenso wie einem Menschen, wenn er es nicht beabsichtigt. Also, du hast einen Felsen am Meer, du legst da dein Kochgeschirr drauf, da kommt eine Welle. Dann sagen die, dann ist die Welle rein. Die Welle? Das Kochgeschirr ist jetzt rein. Obwohl das Kochgeschirr nicht wollte. Genau. Und du hast das Kochgeschirr wegnimmt und du setzt dich selber dahin. Und die Welle kommt und du wolltest das aber nicht. Dann bist du auch rein. Du bist ja wie das Kochgeschirr. Dann bist du trotzdem rein. Bist du trotzdem rein. Aber wenn du dir deine Hand untertauchst, falls du es nicht beabsichtigt, bist du trotzdem unrein. Ja, aber das verstehe ich. Das spricht sich doch. Überhaupt nicht, das ist total logisch. Wieso? Wenn du durch eine Welle bespritzt wirst, bist du rein. Ja, weil du es nicht beabsichtigt hast, es nicht zu sein. Ach so. Genau, genau darauf läuft sie hinaus. Darauf läuft sie hinaus. Und dann fangen sie an, sich darüber zu streiten. Wieso denn? Vielleicht in dem Falle, wenn man sitzt und wartet, dass die Welle sich löst. Dann sitzt du ja absichtlich unter der Welle. Dann bist du unrein. Dann klappt es nicht. Dann bist du unrein. Nein, ich glaube, dann willst du, dass du rein wirst und dann geht es auch. Ah. Ach so. Aber wenn du nur versehentlich auf den Küchenfahrt gehst. Nein, oder du willst jemanden veräppeln und möchtest da sitzen und unabsichtlich von der Welle besprenkelt werden, dann geht es wieder nicht. Das sind ja Knobeleien. Das ist ja ganz fantastisch. So würde Rabbi Martina das zumindest sagen. So viel Zeit und Geld würde ich auch mal gerne haben, um solche Probleme auszugeben. Ja. Dann fangen sie an, darüber zu diskutieren, wie das denn mit dem Sturzbad ist, wenn man im Wellenboden badet oder im Wellenbogen badet. Lebezeit. Hatten die denn da schon Wellenbäder? Ach herrlich. Woher weißt du, dass man nicht im Wellenbogen untertauche? Es wird geleert, sagt er dann. Man tauche im Wellenbogen unter, aber nicht im Wellenbogen, weil man nicht in der Luft untertauchen kann. Aber das ist so ein bisschen wie so Juristerei, oder? Ja. Da erinnert mich das so dran. Wollt ihr noch mehr hören? Ja. Was haben wir noch geleert? Was haben wir noch gelernt? Wenn Früchte in einen Teich gefallen sind und jemand, dessen Hände unrein sind, sie herausholt. So sind seine Hände rein und die Früchte sind nicht verunreinigungsfähig. Das sind auch wirklich detaillierte... Okay, für alles, für alle Alltagsprobleme die Lösung. Beabsichtigt er aber, die Hände abzuspülen, so sind seine Hände rein und die Früchte sind verunreinigungsfähig. Hahaha, du liebe Zeit! Wer soll sich das denn alles merken? Ja, und dann geht das ja noch eine ganze Weile weiter. Ja, da muss man sein ganzes Leben für studieren, um das alles sich merken. Aber da kann sich ja wirklich niemand dran halten. Das ist ja viel zu kompliziert. Doch, die machen das. Die Ultra-Orthodoxen. Und dann hat er jetzt nochmal... Da geht er da noch eine Weile weiter und dann sagt er... Das ist irgendwie ganz lustig. Und da geht der Schüler irgendwann weg und sagt die... Der Schüler glaubte anfangs, er wolle ihn nur abweisen. Als er aber vor Ort ging und nachdachte, fand er folgende Lehre. Taucht er ohne Absicht unter, so ist ihm der Zehnt verboten, das ist religiöse Handlungen sind ihm verboten, und Profanes erlaubt. So. Däh. Also, wenn man was mal Profanes machen will, so abwechslend, muss man... Was muss man da machen? Untertauchen. Also, bis heute ist die mündliche Tora nicht vollständig schriftlich fixiert. Es werden immer noch weitere Präzisierungen und Ergänzungen gefunden. Und die sind doch notwendig. Offensichtlich. Ja, es ist auch notwendig. Ja. Weil was passiert denn jetzt, wenn das nicht verunreinigungsfähige Obst in einer versteckten Tasche unabsichtlich mit dem Schwimmer in den Wellenbogen eintauchte, ohne dass die Welle was wollte? Also, da muss man ja mal so ein Nachbarn klüssen. Ja, da müsstest du jetzt noch mal zum Abi gehen. Ja, natürlich. Die Frage muss noch mal für ein Forschungssemester belohnt werden, für mich. Ja, da kommen wir ja später noch zu. Aber in diesen ultraorthodoxen Kreisen studieren ja die jungen Männer bis in die späten 30er hinein nur diese Auslegung, die Tora und die Auslegung davon. Ist ja toll. Und ich hab mich gefragt, wie kann man denn da so lange dran studieren? Aber jetzt ist mir das völlig klar, wie man das kann. Ist ja klar. Ja, das ist klassisch Juristerei, aber der Richter sagt nie was. Ja. Ja. Also, oder der Gesetzgeber sagt nie was. Und es gibt auch kein Gesetz. Ja, ja. Du machst das Gesetz, während du Fragen stellst. Nee, so kann es nicht sein. Dann muss das Gesetz anders sein. Nee, warte, dann kommen wir... Nee, dann muss das Gesetz doch noch ein bisschen anders sein und so, ne? Das darf sich auch nicht widersprechen. Es sei denn... Aber... Genau. Jetzt ist einiges klar. Das ist ja nett. Irgendwie ist das ja nett. Ja, also diese Erfindung mit der mündlichen Tora, also diese Entdeckung, das ist wirklich großartig. Langeweile kommt da selten auf. Vor allem ist auch Stoff für Kalender, wo immer irgendwelche Ratschläge sind, die in der Küche aufgehängt werden können und so. Immer was er zulernen kann, jeden Tag. Zettel abreisen, wieder eine Neuigkeit. Toll. Ja, das Schöne ist da, das wollte ich eigentlich recht sagen, aber hier passt das ganz schön. Es gibt ja die 613 Gebote Gottes und die sind ja so geteilt, dass es 248 Gebote und 365 Verbote gibt. Du könntest also einen Tageskalender machen und jeden Tag hat ein eigenes Verbot. Das ist schön. Ja, guck. Hätte doch auch eine gewisse Schönheit, was darf ich denn heute nicht? Genau, jemanden, den du nicht so gerne magst, den Kalender mit den Verboten schenken und jemanden, den du ein bisschen lieber magst, so einen Kalender mit so neu rausgefundenen quirky Rules. Quirky. Ich habe fertig. Ja, die Martina hat sich damit beschäftigt, wie das ist, wenn man doch aussteigen möchte. Und zwar am Beispiel von Deborah Feldman. Stimmt das? Ja. Ja, zumindest aus den ultraorthodoxen Kreisen ist sie ausgestiegen. Ah. Ja, Deborah Feldman, 1986 geboren, ist eine junge Frau, die inzwischen in Berlin lebt und die einen Bestseller geschrieben hat über eben ihre Jugend in ultraorthodoxen Kreisen in Williamsburg in New York City. Haben wir ja eben gehört, dass das im Grunde die größte jüdische Stadt ist oder eine der größten jüdischen Gemeinschaften sozusagen. Ja. Und die ultraorthodoxen Juden, die Satmarer sind es, die dort leben, finde ich, sind ziemlich medial präsent, eben weil sie so auffällig sind in ihrer Optik. Der Oliver hat es ja eben schon beschrieben. Also auch die mit dem Hut? Ja, die haben Hut an. Die Frauen, das ist sehr auffällig, dass die diese Perücken haben. Also ich glaube, man muss auch sehen, dass es Perücken sind. Die sind in ihrer optischen Erscheinung sehr auffällig. Die haben ganz altmodische, so würde ich es beschreiben, Kleidung an, die man auch sehr einfach identifizieren kann. Die Männer haben lange Bärte, die haben ungewöhnliche Fellhüte auf. Also sie sind sehr deutlich zu identifizieren im Straßenbild. Ja. Und leben eben in einer großen Gemeinschaft. Ich sage gleich nochmal, wie viele das sind. Eben in Brooklyn, in New York City. Also ganz präsent da, wo die ganzen Touristen rumlaufen, wo die ganzen Hipster sind, haben die eben einen bestimmten Bezirk, wo die ihre eigenen Schulen haben, wo die alle gemeinsam leben und eben sehr auffällig sind im Straßenbild. Also meine Nachbarn waren da mal und sind dann auch da in Williamsburg rumgelaufen, weil das ja auch so im Reiseführer steht und dann in dieses Viertel geraten und haben sich da sehr unwillkommen und sehr unwohl gefühlt. Zwei Schwule sind das und waren da, waren unerwartet halt da reingeraten, wussten nicht, dass es das da gibt und haben das als sehr sonderliche Erfahrung. Das kann ich mir vorstellen. Ja, empfunden. Also die sind, die sind halt sehr speziell. Wir haben eben gehört, 13 Millionen Juden gibt es. Dann hat der Oliver gesagt, es gibt 6 Prozent von denen sind orthodoxe. Das sind ja noch nicht die ultraorthodoxen. Jetzt diese Satmarer, die halt innerhalb der Chassidim, ich sag nochmal gleich, wo die herkommen, eben eine große Gruppe sind. Das sind, ich muss nochmal gerade hier nachgucken, man weiß es auch nicht so ganz genau, aber das sind so ungefähr 120.000 Leute, die eben dieser ultraorthodoxen Strömung der Satmarer angehören. 120.000, also die meisten leben jedenfalls in den USA. Also sind sehr auffällig in ihrer optischen Erscheinung und sind so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Also wie sind die da hingekommen oder wo kommen die her? Das sind ursprünglich Juden aus damals Ungarn. Jetzt ist das so eine Gegend da in Osteuropa. Oliver hat ja auch gesagt, da gibt es eben diese Strömung von Juden, die eben aus dem osteuropäischen Raum kommen, da kommen die auch her. Es gab da einzelne Rabbiner, die dann eben Anhänger um sich geschart haben und dann wurden da, es wird auch als Sekte bezeichnet, eben bestimmte Gruppierungen innerhalb dieser ultraorthodoxen gegründet, die dann nach bestimmten Ortschaften hießen. Joel Teitelbaum ist derjenige, der diese Gruppierung gegründet hat, die Satmarer. Und Satmar ist der Ort, aus dem die kommen ursprünglich. Das ist jetzt in Rumänien ein Ort. Ah, okay. Früher war das, irgendwie gehörte das zu Österreich-Ungarn. Österreich-Ungarn, ja. Und jetzt ist das, ich glaube so Nordosten liegt dieser Ort, wo die herkommen. Die sind dann, dieser Joel Teitelbaum ist dem Holocaust entkommen und dann eben mit seiner Familie ausgewandert in die USA und hat dann da eben dieses, die chassidische Sekte der Satmarer gegründet. Die Söhne haben dann irgendwie übernommen, da gibt es auch so eine Zwist. Der eine Sohn gründet da seine, ist mit seiner Gemeinde eben in Williamsburg, der andere ist mit seiner Gemeinde in einem kleineren Ort außerhalb von New York City, wo auch ganz viele von diesen ultraorthodoxen wohnen, sind irgendwie verfeindet, ist aber auch so ein bisschen egal. Jedenfalls sind das eben so zwei Orte, wo man die entsprechend sehr wirksam sehen kann. Und die sind einfach sehr, sehr streng in dem, wie sie eben religiös leben. Also das bedeutet für solche Frauen wie die Deborah Feldman, die leben absolut abgeschottet, die lehnen die meiste Technik ab, da gibt es in der Regel kein Fernseher, kein Radio, kein Internet, weil das ja die böse Welt von außen ist. Das ist alles böse, was drumherum passiert. Man darf im Grunde nur untereinander was zu tun haben. Auch die anderen Juden sind nicht gut. Also zum Beispiel Zionismus wird absolut abgelehnt, weil, hat Oliver eben auch schon gesagt, hier ist der Hintergrund, dass die, speziell die Sadmara, ich weiß nicht, ob das bei den Chassidim insgesamt so ist oder bei den Orthodoxen, die glauben, dass der Holocaust eben eine Strafe Gottes dafür war, dass man sich geöffnet hat der Welt. Also das ist die Strafe Gottes dafür, dass die Juden nicht so gläubig waren und sich nicht an die Gesetze gehalten haben. Das heißt, dadurch sind die eben so darauf fixiert, jetzt alles richtig zu machen, also sich sehr stark an die Gesetzzeiten sehr viel zu beten, hat Oliver ja eben gesagt, um eben den zweiten Holocaust zu verhindern. Das ist ja unglaublich. Das ist eine schreckliche Aufgabe im Grunde genommen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, auch ein sehr starkes Druckmittel. Ja, ja, ja. Dass man sagt, ihr müsst euch daran halten, sonst kommt das vielleicht wieder über uns. Und du hast noch tatsächlich diesen Gründer und die Kinder von dem, die Familie, die das noch miterlebt haben in der Generation davor, die werden jetzt halt entsprechend da nicht mehr leben. Aber das ist halt noch natürlich noch sehr nah. Ja, also das ist so etwas, was die antreibt. Totale Abschottung, Ablehnung von Fortschritt, sklavische Befolgung der Regeln. Die sprechen Jiddisch, also haben auch eine andere Sprache dann als die, die sie umgeben. Ihnen werden arrangiert, die haben eine ganz rigide Sexualmoral. Frauen sind grundsätzlich, vor allen Dingen, wenn sie dann ihre Tage haben, auch unrein. Das ist ja das Wort dafür. Also die ganze arme Frau direkt bei uns unrein. Ja, Frauen kommen da ganz schlecht weg. Frau möchte man da, glaube ich, nicht sein. Nee, also das ist was. Ich habe mir ein Interview noch angeguckt mit der Deborah Feldmann, die eben da aufgewachsen ist, bei ihren Großeltern, die tatsächlich auch vom Holocaust noch geflohen sind. Der Vater hatte eine Geisteskrankheit, die Mutter war schon aus dieser Sekte ausgetreten und sie sagt, da wurde sie dann gefragt, was ist denn das, was jetzt noch nachwirkt? Über zehn Jahre ist sie ja schon nicht mehr da in Williamsburg. Sie meinte, das, was am stärksten nachwirkt, ist dieses, sobald sie irgendwie warm ist draußen und sie was Luftiges anziehen will, dann kriegt sie ein schlechtes Gefühl und schlechtes Gewissen, weil das so in ihr drin ist, dass der weibliche Körper schlecht ist und böse. Oh, wie krass, die Arme. Ja, also das ist was, was da ganz, ganz stark so ist. Ich fand das auch sehr eindringlich geschildert, wie die überhaupt nicht aufgeklärt werden, wie das alles so ganz rigide gehandhabt wird und man darf überhaupt nicht über Geschlecht reden oder irgendwelche Bedürfnisse, dass davon nicht ausprobiert werden. Und dann plötzlich wird eine Ehe arrangiert. Es kommt halt ein junger Mann, der wird dann, die dürfen zwei Minuten miteinander reden, das ist aber alle schon abgesprochen. Und dann werden die verheiratet und dann sollen jetzt aber auch die Kinder gemacht werden. Viele. Viele Kinder ist ganz wichtig natürlich. Ah ja. Mit dem Ziel auch, man möchte sich vergrößern als Gemeinde. Die haben zehn, 14, 15, so viele Kinder, wie man halt eben hinkriegt. Aber ich fand diese, also das war eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr einringlich da fand, dieses und auch schon an, weiß nicht, ja Körperverletzung, aber auf jeden Fall eine Form von Gewalt ist, dass die, weder der Junge, 17, 18, 19 sind die da, noch die Frau, waren aufgeklärt. Wahnsinn. Und wurden dann da zusammengesperrt und dann mit dieser Vorstellung, dass beide, also Sexualität ist schlecht, beide hatten überhaupt nichts mit ihren Körpern irgendwie zu tun. Das war ja alles böse, musste immer alles bedeckt sein und so. Und dann werden die da zusammengezwungen und sollen plötzlich Kinder zeugen. Also das fand ich wirklich eines der, eine der schlimmsten Dinge da. Mal abgesehen von eben dieser Abschottung, wirklich diesem, auch diesen ganzen Verboten, an die man sich halten muss. Dann gibt es diese Folge eben, dass die, aus dieser, aus dieser Einstellung heraus, dass die jungen Männer, die müssen halt die ganze Zeit eben die Tora, den Taimut, den Tanach, was es da alles gibt, studieren, eben diese Fragen stellen, die wir eben gehört haben, diskutieren mit dem Rabbi. Das heißt, die verdienen kein Geld. Wer muss das Geld verdienen? Die Frauen verdienen, müssen das Geld verdienen, haben aber keinerlei Ausbildung, die dürfen nichts lernen. Die gehen zwar da auch in ihre eigenen Schulen, das haben wir auch schon mal kurz andiskutiert. Die haben eigene Schulen, die haben eigene Gesetzgerichte. Gerichte auch? Ja, die unter ihrer, entsprechend unter ihrer, oder die für sie dann entsprechend entscheiden, zum Beispiel, wenn jemand aussteigt. Kann ich gleich noch was zu sagen. Aber dann in der, also die Mädels sind da in der Schule und die lernen dann nichts, außer Haushaltsführung und sowas. Ja. Müssen aber irgendwie fürs Geld sorgen, sonst sind die halt auch arm. Viele von denen sind ganz arm, weil die Männer arbeiten nicht. Die müssen ja die Tora studieren. Oder diese Gesetze da. Und an den Frauen hängt das dann, die müssen irgendwie in der Regel noch ein bisschen Geld heranschaffen. Die kriegen ein Kind nach dem anderen, sind überhaupt nicht aufgeklärt. Aber dann haben die ja alle gar nicht viel Geld, können ja gar nicht viel Geld haben, diese Familien. Viele Kinder, keine Bildung, der Mann liest die Tora und die Frau, dann geht die putzen oder was machen die dann? Ja, zum Beispiel. Also in dieser, in diesem Ort, der außerhalb von New York City, die da gegründet wurde, äh, wohnen 40 Prozent, da wohnen halt nur Chassidim, nur Sat Mara, 40 Prozent leben unter der Armutsgrenze. Boah. In diesem Ort. Und die anderen sind jetzt auch nicht sehr reich, wenn die dann da entsprechend leben. Ja, das sind so die Umstände eben, in denen die junge Frau da eben aufgewachsen ist. Es gibt eine Reihe von Büchern von Aussteigern, zum Beispiel auch noch von Pearl Abraham. Die Romanleserin hat das Buch von dieser Frau. Die meisten sind aber Männer. Und dieser Weg, wie die aussteigen, ist immer ganz interessant. Natürlich dieses Unglück mit dem Mann und so. Aber ja, mein Gott, das ist bei jedem so, ne? Manche haben Glück, dann ist der Mann irgendwie ein bisschen netter. Ja, ne? Und man, aber meistens ist das natürlich alles hart und unangenehm. Und der Weg ist meistens so, dass die dann irgendwie eine Quelle haben. Die finden natürlich schon den Zugang auch zu einem Computer oder zum Internet oder so. Oder gehen in eine Bibliothek und fangen an halt, Bücher zu lesen. Heimlich. Heimlich, ja. Heimlich, Bücher zu lesen, die eigentlich nicht natürlich unrein sind. Und über diese Bücher fangen die jungen Leute dann plötzlich an zu sehen, ah, da ist ja noch was, da gibt es ja noch was anderes. Ja. Und das ist gar nicht so, wie mir das hier erzählt wird, ne? Und das ist immer der Weg raus. Dann gibt es Organisationen, an die man sich entsprechend wenden kann. Von Aussteiger noch? Ja, es gibt es speziell für diese Ultra-Orthodoxen, ne? Diese Footsteps heißt die zum Beispiel, die Organisation, die denen dann hilft, Anwälte zur Seite stellt und so weiter. Weil was passiert, wenn man denn eben sagt, wie jetzt die Deborah Feldmann, die hat es ja geschafft, ihren Sohn, die hatte einen Sohn und das war für sie der Anlass. Sie hat gesagt, das war für mich der Punkt, sie wollte nicht, dass ihr Sohn das durchleiden muss, was sie durchlitten hat. Ja. Das wollte sie nicht. Das war ihre Triebfeder, da auszusteigen. Und viele können aber ihre Kinder nicht mitnehmen, weil eben dann von Gerichten da entschieden wird, ne, die bleiben bei ihrem Vater, ne? Die Person wollte ja eben entsprechend aus der Gemeinde raus. Und dann können die ihre Kinder da nicht mit rausholen. Und dabei helfen eben diese Organisationen zum Beispiel. Was die Aussteiger aber auch haben, das finde ich jetzt sehr interessant, sind so Probleme natürlich mit dem Leben so außerhalb. Hat jetzt die Deborah Feldmann glaube ich etwas weniger. Die ist aber auch eine recht spezielle Person, die dann Bestseller schreibt und so. Das ist jetzt ja auch nicht so normal für jeden Aussteiger. Viele kommen dann auch sehr schlecht zurecht, weil ihnen ja ihre Familie fehlt. Und auch eine Ausbildung und so weiter. Alles, ne? Auch. Da könnte man auch sagen, das kann man vielleicht je nach Vermögen halt, also Begabung dann noch nachholen. Ja. Aber diese Gemeinschaft, diese Zugehörigkeit, das fehlt zum Beispiel sehr stark. Ja. Oder auch diese vielleicht eher geringe Komplexität, auch wenn das sich jetzt sehr komplex anhört. Aber wenn man sich den ganzen Tag jetzt mit der Tora beschäftigt, muss man sich nicht mit unterschiedlichen Lebensentwürfen beschäftigen, mit unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Menschen, mit immer weiterbilden. Ja, das ist ausgedachter Kniefelkram. Das ist vielleicht irgendwie komplex, aber auf eine sehr spezifische Weise, mit der man sonst nichts anfangen kann im Alltag. Ne? Der Alltag ist eigentlich recht einfach. Durch diese, oder er ist zwar eingeschränkt, aber wenn man sich dann immer an diese Gesetze hält, man muss halt auch nicht viel nachdenken. Man soll ja auch nicht so viel nachdenken. Ja, ja, krass. Das ist ja etwas, was da entsprechend dann passiert. Was ich interessant fand bei der Deborah Feldman ist, dass sie sagt, sie ist nicht mehr religiös, aber sie ist nach wie vor gläubig. Und ihrer Meinung nach kann man sich vom Glauben nicht lösen. Okay. Also glaube ich... Eine ganz moderne, schlaue, intellektuell wirklich sehr gebildete Person. Aber da würde ich ja mal gerne wissen, was von dem Glauben dann übrig geblieben ist, weil der Glaube daran, dass der Gott super sauer wird, wenn man nicht ganz, ganz komische Regeln brachtet, der kann ja wohl nicht geblieben sein. Nee. Muss dann irgendwas anderes geblieben sein. Oder ist das die übliche christliche Nummer? Alle Menschen glauben an Gott, manche verlocken in ihnen nur, damit sie sündigen können. Das weiß ich nicht. Das wurde jetzt in dem Interview nicht näher hinterfragt, aber ich fand das sehr, sehr erstaunlich, weil der Leidensdruck ja wirklich sehr hoch war. Deswegen habe ich eben nochmal gefragt bei diesen humanistischen Juden, ob das wirklich so ist, dass die da nicht mehr, gar nicht mehr glauben, oder ob die nur sagen, dieses ganze rigide, diese ganzen Verbote, das ist doch nicht zeitgemäß und das brauchen wir doch nicht für unseren Glauben. Aber so wie du das ja eben geschildert hast, ist das ja eher so, dass die kulturell geprägt ist. Also wenn du in den USA sagst, deine Anschauung wurzelt auf Humanismus und Säkularismus, das ist eindeutig. Das dürfen halt nicht Atheisten sagen, weil sie sonst die Häuser verbrannt bekommen. Aber ich finde das eindeutig. Und wie schwer ist das dann auszusteigen? Also werden diese Leute dann von den Familien versucht zurückzuholen? Nee, wenn du ausgestiegen bist, gehst du als tot für die Familie. Achso, das heißt... Du hast keinerlei Kontakt mehr. Nein, es gibt keinen Weg mehr zurück und es gibt auch keinen Kontakt. Du bist für die gestorben. Das ist die größte Schande, die du über die bringst. Dass du da aussteigst und in diese Welt gehst. Und das ist halt dieses, das ist ja der große Druck, der da entsteht. Du lebst nur in dieser Welt und denkst, draußen ist das alles böse und das ist alles falsch. Und dann langsam öffnet man sich ja dann dahin, hat einen großen Leidensdruck. Und sobald du das aber machst, gibt es keinen Kontakt mehr. Keinerlei Kontakt. Da gibt es keine Gnade. Da gibt es auch nicht mal nochmal vorbeikommen auf einen Kaffee oder so. Nee. Dann bist du für die tot. Ich frage mich ja, also wir wundern mich ja schon fast, dass nicht mehr aussteigen, weil so wie du das Leben aufgeschrieben hast... Es werden mehr. Ja, werden was mehr. Es werden mehr. Das macht ja Sinn, weil das ist ja so krass. Also kein normaler Mensch hält das ja aus. Doch, wir halten das ja gut aus. Und viele, also es gibt da einige Zeitungsberichte eben über Aussteiger, die sagen, sie vermissen halt auch viel. Sie vermissen die Gemeinschaft. Sie vermissen diesen engen Zusammenhalt. Eben sowas wie, die haben wenig Geld, aber wenn einer ein Problem hat, dann kommen alle und helfen, dann geben die ihr Geld. Jetzt mal, das ist so ein bisschen plakativ, aber so ist das so. Die sind auch streng miteinander und dieses Verheiratetwerden und so ist natürlich auch nicht gerade sehr nett. Die merken ja auch, dass ihren Kindern das nicht gefällt. Aber auf der anderen Seite hast du halt eben so einen Kollektivismus, den man ja auch im Islam, also ich habe über den Islam auch gelesen, über viele islamische Länder, dass da eben ja auch dieser Kollektivismus stärker ausgeprägt ist. Also du bist nicht das Individuum, sondern du lebst in dieser Gruppe. Aber so ein Geborgensein in einer Gruppe spielt ja selbst bei den Leuten eine Rolle, die gar nicht mehr so richtig an Gott glauben und trotzdem in christliche Kirche gehen, weil die sich in der Gemeinschaft wohlfühlen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so stark, dieses Gruppengefühl oder sowas, aber das ist ja dasselbe Prinzip eigentlich dann. Ich glaube auch, dass das was sehr Menschliches ist, dass man einer Gruppe da angehören will. Und man kann das natürlich überwinden, aber zunächst mal ist diese Abgrenzung und dieses sich irgendwo zugehörig fühlen, das ist schon was, was, glaube ich, dem Menschen einfach fällt oder wo er schnell, was ihm irgendwie angenehm ist. Ja, dazu kommt aber natürlich noch, dass der Einsatz so unglaublich groß ist. Ich meine, du gehörst ja quasi zu einer kleinen Truppe von Elite-Kämpfern, die den Holocaust verhindert. Ja. Also da kannst du auch nicht mal sagen, Leute, ihr könnt nicht alle, ich gehe jetzt. Was für du gehörst. Da muss man sich ja auch... Ja, das ist natürlich exakt. Ja, es ist so pervertiert. Das ist so, erinnert mich an diese, es gibt doch diese Experimente mit den Tauben. Ab und zu fällt ein Körnchen rum und wenn die Taube sich hinter dem Ohr gekratzt hat, als das Körnchen fiel, fängt die jetzt immer an, sich hinter dem Ohr zu kratzen und hofft, dass dann ein Körnchen kommt oder führen Tänze auf oder sowas ganz Willkürliches. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, 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 so Konditionierung. Und das klingt genauso. Das ist total pervertiert. Kann man doch nicht anders sagen, oder? Also was ich ganz, ja, es ist ja interessant, da mal hinzugucken, weil das ist wieder so ein bisschen wie mit dem E-Ruf, wenn man jetzt da hinguckt und sich mal überlegt, was ist jetzt, also ist das jetzt total schlimm, was die da machen? Was ist daran schlimm? Was ist daran nicht so schlimm? Wir sind doch tolerant. Sollen die nicht einfach so sein, wie sie da sind? Also was genau ist daran jetzt so schlimm? Weil, also es gibt zum Beispiel auch die Stimmen an dieser, die sagen, ja, die Aussteiger, die kommen oft aus Familien, die zerrüttet sind. Also jetzt auch die Deborah Feldman, der Vater ist geisteskrank, die Mutter schon weg, sie wächst dabei bei wirklich ihren alten Großeltern auf, sind vielleicht auch spezielle Umstände. Also die, die rausgehen, ist eine Stimme halt, die daneben sagt, sind das denn wirklich, sind die repräsentativ und ich hab mal mit der Oprah Winfrey, mit der gab's nämlich mal eine Sendung, weil ich glaube, dass die in den USA, die auch schon sehr marginalisiert werden und vielleicht auch ein bisschen dämonisiert, diese Gruppe, da gab es eine Sendung mit der, wo die in satmarische Familien in Williamsburg gegangen ist und sich die Familien angeguckt hat, mit den Frauen gesprochen hat und so weiter und die da als sehr herzliche, fröhliche Familien zumindest dargestellt wurden. Also so wirkten die. Die sich unterhalten, die viel miteinander sprechen, die nicht ein Gameboy haben, die nicht vor dem Fernseher sitzen, die diskutieren zu Hause, wo die Kinder halt durch den Garten laufen und so. Also diese Seite wurde da halt, das könnte man jetzt auch so sehen. Also deswegen finde ich nochmal interessant, was ist jetzt daran, was ist daran halt nicht so gut? Ja, okay. Also zum einen finde ich, mag sein, dass ich es persönlich irgendwie unheimlich finde oder absurd oder komisch oder blöd, aber das kann nicht der Grund sein. Sondern man muss es ja von der Richtung aufziehen. Haben die Individuen da die Freiheit, sich zu entscheiden? Ja. Und in dem Moment, in dem jemand zu mir sagt, du musst den Holocaust verhindern, nur du kannst das, weil du einer von uns bist und die anderen können das nicht, du musst das machen, erhält ich da Schwierigkeiten mit. Wenn die sagen, wir haben hier diese Gesetze und wir sind cool und wir treffen uns einmal in der Woche und sonst halten wir uns die ganze Zeit daran und tragen absurde Sachen oder sowas, das finde ich gar nicht schlimm. Nee. Wenn die ihren Zahnseidefaden aufspannen, ist das auch nicht so schlimm. Wenn die sagen, wir möchten, dass du diese Person heiratest, ist mir das auch noch egal, weil ich kann ja einfach sagen, ich mache das nicht. Aber in dem Moment, in dem, genau, aber in dem Moment, doch, vom Prinzip können sie das. Du kannst immer aufstehen und gehen. Ja, das. Physisch. Du stehst auf und verlässt den Raum. Okay. Solange das geht, ist das in Ordnung. Wenn das nicht mehr geht, nicht mehr. So, und wenn jemand jetzt aufkommt und sagt, die hauen aber ab, ich erzähle dir mal was vom Holocaust, dann hört es da irgendwo auf, lustig zu sein. Finde ich. Ja, irgendwo da chargiert die Grenze so rum. Ja, das ist Erpressung mit so einer Angstmaschinerie. So, so emotionale Erpressung, also, finde ich. Ja, es hat halt irgendwie Christentum. Ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich hängen die. Das ist natürlich das ultimative Druckmittel. Es würde wahrscheinlich schon reichen, wenn das einfach so in dieser engen Gemeinschaft so ein No-Go ist, sich anders zu verhalten. Aber tatsächlich ist das natürlich der ultimative schlechtes Gewissenhammer. Klar. Ja, und auch Angst. Ja, was heißt schlechtes Gewissen? Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich als Kind meine Schularbeiten nicht gemacht habe. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich den Podcast ungenügend vorbereite, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, ja. Wenn mir jemand sagt, sechs Millionen Leute sind umgebracht worden und es werden nochmal sechs Millionen Leute umgebracht, weil du dich nicht an die 613 Gebote hältst, das hat mir schlecht ein bisschen nichts zu tun. Ja, das stimmt. Das ist eine übermenschliche Last, die dir aufgebürdet wird. Was ich auch schwierig finde, ist halt diese, das haben wir mal die Ketzer damals auch schon gesagt, diese Schulen, die die halt haben, die einfach dann auch nur diesen einen Gedanken da weitergeben. Ja, das habe ich damals auch gesagt und dann hast du gesagt, aber die Kinder werden sowieso auch hier völlig unterschiedlich ins Leben geschoben. Das stimmt auch. Aber wenn man es unter dem Vorzeichen sieht, dass eben mit so einem Druckmittel gearbeitet wird, ist das wieder ein bisschen was anderes. Stimmt. Und dadurch, dass du den Leuten eine Erziehung verweigerst, oder eine Ausbildung, sagen wir es vielleicht so, verweigerst, die ihnen in der Welt nützen kann. Ja, die sollen ja nicht in die Welt. Genau. Dadurch verhinderst du das ja. Du machst ihnen nicht nur die schlechten Gewissens, sondern du verhinderst, dass sie da hingehen können, weil da werden sie nie erfolgreich. Das hört dann auch irgendwo auf, ja, dann sollen es sich doch, also einfach nur eine Auswahl zu sein. Also es geht auch, wo auch eine Grenze ist, ist tatsächlich dieses, ist das also psychische und physische Gewalt. Es gibt da eben auch bei den Sadmaran gibt es auch Frauen, die eben versuchen, oder sagen wir mal, dieses ganze Kinderkriegen ist auch nicht so gut. Wenn die von ganz früh so oft Kinder kriegen, ist das einfach körperlich auslaugend. Und wie alt werden die werden? 40 vielleicht? Mieche 40? Ja, na, 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 die werden schon ein bisschen... Nach 15 Kindern? Ja, aber das ist auf jeden Fall ungesund für Mutter und Kind, wenn die zu schnell aufeinander folgen. Dann ist, das ist zum Beispiel auch sowas, dass das da, wo es wirklich dann an das körperliche Wohlergehen geht, ne? Und psychisch halt genauso. Nicht nur jetzt mit den Kindern, sondern eben auch, wenn man diese Laster immer hat. Und halt viele Mechanismen, die dazu führen, dass die Leute, dass denen verweigert wird, die Erkenntnis zu haben, dass man sich anders entscheiden kann. Dass man sich anders entscheiden kann und das wäre auch okay. Also das anders zu leben, dass man überhaupt sich entscheiden kann, was anders zu machen und das ist auch okay. Das wird denen halt mit all diesen Mechanismen genommen, ne? Ja, aber stimmt, alles richtig, aber was es auch nicht besser macht, aber interessant im Vergleich ist, wenn wir da so reingucken, halten wir das für total absurd und schlimm und ach du meine Güte, aber die Christen machen das auch, ne? Die sagen, du wirst in der Hölle beraten für den Rest deines Lebens, wenn du nicht machst, was ich sage. Ja. Und bis vor ein paar, wirklich paar Generationen haben die Leute das auch geglaubt. Ja. Das haben wir auch nicht vergessen. Ja, das ist immer der Mechanismus. Viele glauben das auch immer noch. Es ist immer, also es ist nicht spezifisch jüdisch oder spezifisch diese Gruppe, sondern die haben offensichtlich Mechanismen gefunden, wie bewusst, weiß ich nicht, die gut funktionieren. Ja. Und was macht diese Deborah Feldman jetzt, wo die ausgestiegen ist? Hat die denn einen Beruf gefunden oder eine Ausbildung gemacht oder? Die ist jetzt Schriftstellerin. Achso, das ist die? Okay. Die hat ja, die hat ja, die hat inzwischen auf jeden Fall zwei Bestseller geschrieben, dieses Unorthodox, das erste dann Exodus heißt das zweite von ihr und jetzt gibt's Überbitten heißt es, glaube ich, das dritte, ich weiß nicht, wie gut sich das verkauft. Aber die ist jetzt auch besonders, also wenn man, die spricht perfekt Deutsch, man merkt, die ist sehr intellektuell, die muss sehr schlau sein. Sehr viele verbotene Bibliotheksbesuche wahrscheinlich. Und gute Voraussetzungen. Ich meine, das hat ja auch ein bisschen was mit Genetik zu tun, aber auch die, ich meine, die müssen ja nicht, die sind ja nicht dumm, die Leute. Ja, ja. Also die beschäftigen, die lesen ja unheimlich viel, aber eben nur ihren Kram. Ja. Das heißt, die sind nicht offen, aber die sind ja nicht dumm oder doof oder so, ne? Also, oder primitiv. Wenn, dann werden die dumm gehalten, ne? Aber, ja. Ja. Aber das ist doch auch interessant, wenn du sagst, ja, das leuchtet mir jetzt erst ein, wenn die Familie so zerrüttet ist, aus der die kommt, dann ist das ja auch einfacher, die Familie einfach fallen zu lassen. Klar, also es gibt ja wirklich, also das ist dieses, das ist wirklich sehr einseitig. Also ich habe viele, auch viele Dokumentationen eben gelesen, zum Beispiel das mit der Oper Winfrey. Es gibt auch noch weitere und da sind tolle, ganz tolle Frauen sind das, die da diskutieren und selbstbewusst sind und pro Ultra-Orthodoxie argumentieren. In, eben in Schulen, die eingerichtet werden von eben auch Frauen aus diesem Kreis, die dann vorher auch zu dem Rabbi gehen und sagen, wir wollen gerne die Ausbildung ein bisschen verändern. Geht das denn? Also so in dem Stil, den du eben geschrieben hast, ne? Wie können wir das denn machen? Und dann sagt der Rabbi, ihr dürft das und das, Geburtshilfe dürft ihr, aber ihr dürft nicht mit den Männern zusammen und so weiter. Und so Schritt für Schritt haben die jetzt auch dann eigene Ausbildungsstätten, die sich so erdiskutiert wurden. Wie das eben vom Oliver eben da geschildert wurde, das gibt's. Und da gibt es wirklich, fand ich, eindrucksvolle Diskussionen, die sind nicht unselbstbewusst oder duckmäuserisch oder so. Das ist ja das, was auch auf den muslimischen Frauen, die ein Kopftuch tragen, nachgesagt wird, dass die dann ganz unterdrückt sind und so. Sind die in der Art und Weise ja vielleicht auch, auch hier, ne? Aber das sind wirklich selbstbewusste, wortstarke Frauen, die da diskutieren, pro diesem Leben. Wahnsinn. Ja, das ist interessant. Es ist halt nicht so schwarz-weiß. Und das ist ja, ich glaube auch nicht, dass jede Mutter ihr Kind in dieser Sekte, nenne ich's jetzt mal, unaufgeklärt in die Ehe gehen lässt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine oder andere Frau es vielleicht unter der Hand trotzdem anders macht. Naja, vielleicht doch alle. Vielleicht auch alle und die sind vielleicht extrem, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Diese Abschottung und dieses eigene Gerichtssystem und mit den eigenen Schulen, dass man da nicht reingucken kann. Mich erinnert das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die richtige Assoziation ist, so ein bisschen an die katholische Kirche. In so einem Nährboden kann halt auch Schlimmes passieren, einfach weil es nicht offen ist. Es muss ja nicht nur, es ist ja nicht jeder Priester schlecht und es ist auch nicht jede Familie hier schlecht. Aber dieses, man kann nicht reingucken, es gibt wenig Kontrollorgane, da können halt auch unangenehme Dinge passieren. Ja, also ist das möglicherweise eine zweite Schablone, mit der man sich das angucken kann und sagen, ob wir das yay oder nay finden. Es geht um die Freiheit des Individuums, sich zu entscheiden und ob es Transparenz gibt oder nicht. Transparenz, stimmt. Ob sie einen reingucken lassen, ne? Ja, und eben auch dieses rausgucken lassen, das ist ja immer so ein bisschen verdächtig, ne? Wenn man die nicht rausgucken lässt, weil man Angst hat, dann hauen sie alle ab, ne? Das ist ja das DDR-Prinzip. Und dann tun sie es, da würden bestimmt viele sich anders für ein anderes Leben entscheiden, bin ich mir ziemlich sicher. Nicht alle, nicht alle, das wäre ja auch okay. Warum muss man denn jetzt den letzten Menschen da noch zwingen, auch da mitzumachen? Ne, Menschen müssen, nicht alle Menschen müssen leben wie ich. Das ist eine wichtige Erkenntnis, zu der sich viele noch nicht durchgerungen haben. Also ich fände mal interessant, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viele nicht-jüdische Menschen inzwischen so ein Bild von Juden haben, das sehr stark mit diesem orthodoxen oder ultraorthodoxen übereinstimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sich tatsächlich die Juden sehr stark so vorstellen. Kann sein. Das ist nur eine Hypothese. Dann werden die Juden auch ziemlich schnell zu der Jordan. Ja, weil das dann so eine Karikatur auf einmal wird, ne? Auf jeden Fall eine interessante, streitbare und stark wachsende Gemeinschaft. Stark wachsend? Ups, ja? Das ist eine wachsende Gemeinschaft? Ja, weil die doch einfach, das ist mal ganz interessant, in einer Dokumentation, da waren halt die, ich glaube es waren die Großeltern, die Familie von denen, die können überhaupt gar nicht in ein Haus, weil da hat jeder 15, die haben 15 Kinder. Also das Binnenvermehrung ist das. Die sind nicht attraktiv für Außenseiter, für andere strengsten jüdische Leute, sondern... Oder diese zwei Personen, 15 Kinder, von den 15 Kindern hat jedes wieder 15 Kinder. Ja, naja gut, okay, das ist dann natürlich stark wachsend. Das ist total krass. Also das ist natürlich jetzt nicht so, die übernehmen nicht die Welt übermorgen. Aber alleine, das ist so für einen deutschen Menschen, dieses Familienwachstum, und dann sind die ja ganz krass. Ja, deshalb haben wir jetzt ja auch so unglaublich geguckt, ne? Ja, aber das ist echt so krass, dieses Familienfoto, was sie da hatten, und dann kriegen die ja das erste Kind mit 17. Das heißt, die sind ja mit 34, haben die schon das erste Enkelkind. Das heißt, die hatten nicht nur die Generation der Enkelkinder, da waren ja schon wieder von denen, die hatten schon wieder angefangen. Ur-Ur-Ur-Sachen, die noch leben. Ja, also es ist unmöglich, alleine diese direkten Nachkommen, wo man hier, wo die Großeltern froh sind, wenn sie mal zwei Enkelkinder haben, diese, die alle in ein Haus zu bringen, die könnten ja noch nicht mal die Namen alle von ihrer Nachkommenschaft. Ach du Scheiße. Das ist ganz schön bemerkenswert. Ja, in der Tat. Um es mal neutral zu formulieren. Und tatsächlich aus sich heraus wachsen die durch diese Strategie, nicht unwesentlich an, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, von wie viel auf wie viel, aber... Ja, aber das ist doch nicht nachhaltig, oder? Das Wachstum, das kann eigentlich nicht mehr lange so weitergehen. Das Muster fühlt sich doch so an, als ob das irgendwann der innere Druck so groß ist und gleichzeitig der Unterschied zur äußeren Welt so tief, dass es einfach nicht mehr weitergehen kann. Ja, wenn man permanent die echte Welt verneint, kann eigentlich nicht weitergehen lange, finde ich auch. Also die Frage ist, wodurch bricht das auf? Ein, auch aus der Reportage, ein großes Problem ist das Internet. Ja, das wissen wir aber. Das Internet ist ein Problem, weil natürlich gibt es, das kann man auch sehen, dieses Buch von der Deborah Feldman war zunächst ein Blog, den sie halt geschrieben hat. Weil klar kommen die irgendwo an den Computer. Die wohnen in New York City. Ja. So, ne? Und die können auch mit dem Bus oder zu Fuß zu den Hipstern gehen. So, und das sind auch mal Teenager. Ja. Ne? Die trauen sich sowas dann auch. Und im Internet gibt es halt alles. Und die schreiben auch im Internet und trauen sich auch aus im Internet. Was natürlich dann gleich dazu führte, wir brauchen ein koscheres Internet. Findige Geschäftsmänner gehen zum Rabbi und sagen, wir brauchen das koschere Internet. Besser das koschere Internet als das Internet, das sich da so unkontrolliert ausbreitet. Aber durch solche, eben durch die klassische Bibliothek oder durch den Zugang einfach über ein Handy oder so, glaube ich auch, dass da irgendwann schwierig wird. Ja, wir werden sehen, was da, welches exponentielle Wachstum, welcher Term schneller ist, ne? Schneller wächst. Ja. Die Aussteiger oder die Geburten. Mhm. Ja. Ja, im Moment sind es die Geburten, die die Nase vorn haben. Ja, also, das ist ja nicht zu fassen, so viele Kinder. Wenn man so viele Kinder hat, wie wir gerade gehört haben, ungefähr 613, dann muss für jedes Kind ein Gebot gelten. Und diese 613 Gebote Gottes kann der Oliver uns erläutern. Es folgen die 613 Gebote Gottes. Also, die alten Rabbis haben die Tora, also die fünf Bücher Moses, ganz, ganz genau gelesen. Haben ja viel Zeit, haben wir eben gelernt und festgestellt, dass Gott Jachwe exakt 613 Anweisungen an sie hat. Das sind die, ich glaube, Mitzwort, Mitzwort muss man das aussprechen, dass, je nachdem wie der sprachlichen Struktur, wird es in 248 positive Gebote und 365 Verbote aufgeteilt. Aha. Die, wie das so ist, die Aufzählungen durch die Geschichte unterscheiden sich im Detail. Meist überliefert ist die Aufzählung des jüdischen Rechtsgelehrten Maimodines aus dem späten 12. Jahrhunderts. Das ist deshalb auch die, die wir uns hier angucken wollen. Also, der hat das studiert und dann diese 613 Dinger raus extrahiert. Hat die rausgeschrieben. Okay. Und, ja, das ist leider so offensichtlich ein Muster bei Religionen. Die populärste Interpretation ist auch immer die extremste Interpretation. Und so war auch die von Maimodines besonders hart und fundamentalistisch. Und er sagt, dass sämtliche Mitzwort auf göttlicher Weisheit beruhen und enterteilt sie, das finde ich ganz lustig, in leicht verständliche Gebote und schwer verständliche Gebote. Ja, speak for yourself. Also nicht etwa zu erfüllende, sondern verständliche. Aber es gibt eine Theorie in Zweigen des Judentums, dass, wenn alle Juden auf der Welt einen einzigen Sabbat lang sämtliche Gebote halten würden, dann würde die Welt, wie wir sie kennen, sofort enden und das Recht Gottes auf Erden über uns hereinbrechen. Wow. Dass das bis jetzt noch nicht passiert ist, beweist, dass das Einhalten der Gebote vielleicht nicht immer ganz so einfach ist. Ja. So, und dann habe ich... Aber warte mal. Ja, bitte. Dieser Tag, der Sabbat ist ja auch an einem Ende der Erde ist er ein Tag und dann ist er am anderen Ende der Erde Nacht und so. Also gleichzeitig ist er auch... Also es gibt einen unglaublich umfangreichen Regelsatz zur Berechnung des Sabbats. Okay, verstehe. Okay, dann bin ich nicht der Erste, dem das auffällt, dass das schwierig ist. Also das ist... Okay, gut. Der ist auch durch die Geschichte wechselt und durch die einzelnen Gruppierungen wechselt und es ist wirklich schwierig, weil man könnte ja und ist das nicht und so weiter und so fort. Und dass man nicht versehentlich dann irgendwie doch noch Brot im Haus hat oder was auch immer für absurde Regeln sie sich gefunden haben. Also leider... Ja, es sind ja vielleicht die schwer verständlichen Regeln von meinem Modus. Okay, gut. Kannst du mal hier Licht anmachen? Oder kann ich hier Licht anmachen? Ja, da hinten drauf drücken. Ja, da hinter dir, genau. Oh ja. Also ich habe nachgeschaut und ich habe mir das mal angeguckt und ich... Es gibt natürlich Aufstellungen. Das heißt, man muss nicht die ganzen fünf Bücher in Mosel lesen. Ich bin immer in Numeri stecken geblieben. Und sie hatten 20.000 Ochsen und 73.000 Kühe. Und Gott sah, dass es gut war. Und der Nachbar hatte 12.000 Ochsen. Ja, das heißt halt Numeri. Das heißt, ja, ich bin immer stecken geblieben. Deshalb bin ich dankbar, mein Muddiness. Vielen Dank, dass du diese Sachen ins Internet gestellt hast und ich mir das ausdrucken und angucken konnte. Ich finde, es sind im Wesentlichen... Man kann es zusammenfassen in drei Themenbereiche. Sehr weit und auch nicht immer trennscharf. Zum einen sind es so Tempelgebote und religiöse Riten im engeren Sinne, im strengeren Sinne. Dann gibt es sowas wie politisch-organisatorische Gebote. Und dann gibt es ganz offensichtlich Ad-Hoc-Lösungen für ganz spezifische Probleme, die sie gehabt haben und gesagt haben, ja, Gott will das. Und die mögen zum Beispiel Ursprung in konkreter Rechtsprechung gehabt haben, in Fallspezifischer, die sie dann irgendwie über Fallsammlungen irgendwann den göttlichen Status erleichtert haben. Das wurde dann halt irgendwie alles aufgeschrieben und später von den Priestern, als es opportun war, zu vergöttlich erklärt. Ja, ich würde sagen, ich lese das einfach mal ein paar vor. Ja. Und die Tempel, fange ich mit den Tempelgeboten an und die beschäftigen sich sehr intensiv, das ist lustig, sehr intensiv mit Opfergaben, mit den Anteilen der Priester an diesen Opfergaben und natürlich auch mit der Abwehr Falschgläubiger. Besonders kriegen die einen Hasskoller gegenüber den Sternenlesern. Oh. Ja. Soll ich mal anfangen, ja? Also, Gott will, Gott will, dass wir Schaufäden an die Ecke der Kleider machen sollen. Das heißt, du sollst dir Trotteln an deine Jacke machen. Ah ja, Schaufäden. Gott will, dass die Leviten in dem Heiligtum dienen sollen. Die Priester sollen sich zur Zeit des Dienstes im Tempel die Hände und Füße waschen. Der Altar ist von Asche zu reinigen. Okay. Der Hohe Priester muss eine Jungfrau reinigen. Heiraten, Entschuldigung. Der Hohe Priester muss eine Jungfrau heiraten. Aha. Dann geht es jetzt ausführlich, was alles zum Opfer zum Tempel gebracht werden muss. Gott will, dass täglich zwei Schafe als Brandopfer gebracht werden müssen. Gott will, dass der Hohe Priester täglich ein Speiseopfer bringt. Am Sonnabend muss ein Opfer mehr gebracht werden. Ebenso an verschiedenen Feiertagen. Ebenso und zwar ein ganz besonderes am Passachfest. Und Gott will, dass man am zweiten Passachdach die Erstlinge der Ernte neben einem Lamm opfere. Dass man ein Opfer mehr als gewöhnlich darbringt. Zwei Brote mehr als gewöhnlich opfert. Ah ja, das ist auch schön. Gott will, dass man bei den Opfern und wenn in Israel Trübsal ist, mit den Trompeten blasen soll. Das ist aber sehr konkrete Vorstellung der Gott. Das ist ja ganz praktisch. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Jeden Tag sollen zwei Schafe opfert werden. Das schafft doch keiner. Also ich habe nicht mal ein Schaf. Geschweige denn, dass ich es opfern wollen. Ja, nicht nur der Schaf soll geopfert werden, sondern Gott will auch, dass den Priestern die Erstlinge von der Schafschule geben. Dass man dem Priester die Erstlinge von der Schafschule geben müsse. Das heißt, er hat nicht nur genug Essen, sondern auch genug reinzuziehen. Schlau, oder? Ja, und da steht es dann auch nochmal für den Fall, das nicht alle verstanden haben von allen verbrannten Gütern soll etwas Gott und etwas den Priestern gehören. Also Asche? Nee, bevor es verbrannt wird. Nein, die haben ja die interessanten Sachen draufgenommen und dann nur die Knochen verbrannt. Ja, was sagst du denn? Ja, gib mal die, ja, nee, das muss ich jetzt haben. Und falls das nicht reicht, mit Geld und Kleidern sollte jeder Israelite alle Jahre einen Schäkel Kopfgeld im Tempel geben müssen. Ja. Und dann haben sie sich aber nicht gemütlich gemacht auf ihren Opfern, sondern gesagt, also es reicht, es geht so nicht, offensichtlich war Konkurrenz am Werk, dass man auch diejenigen ausrotten müsste, welche Abgotterei mit den Sternen und den Planeten treiben. Abgotterei? Ja. Mit den Planeten? Ja, und dann noch, falls es jemand nicht verstanden hat, dass diejenigen Israeliten, die sich verleiten ließen, zur Abgotterei überzugehen, getötet und ihre Städte verbrannt werden sollten. Dass man die bekannten sieben Völker im Lande Israel ausrotte, dass man den Samen von Amalek ausrotte, frag mich nicht, ich glaube niemand weiß, wer Amalek sein soll, offensichtlich hat das geklappt, dass man jederzeit in Erinnerung behalte, was Amalek an Israel tat. Amalek? Ah, dann haben sie ihn so ausrotte, dass man jetzt... Ja, das weiß man jetzt nicht mehr. Die Gottlosen sollen dann mit den Schlägen züchtigen, in Klammern 39. Da kommt ja was auf uns zu, ihr Lieben. Ja, dann gibt es noch... Wenn sie uns bei unserem Podcast erwischen, den wir ja einfach nur ganz versteckt in der winzigen Ecke des non-koscheren Internets vertreiben dürfen. Da vielleicht noch ein paar Verbote, das waren jetzt die Gebote, also Gott verbietet, oder sprachlich ist das ja immer ein bisschen fragwürdig, dass man nicht Sternenplanetendienst treibe, auch nicht anderen zum Gefallen. Planetendienst? Planetendienst, ich würde gerne mal ich finde den Nachsatz so schön, dass nicht andere zum Gefallen hat. Ich konnte da gar nichts für, Herr Oberst. Die hat gesagt, ich soll das machen. Ich soll Planetendienst machen. Ja, habe ich das mal gemacht. Und Gott will auch nicht, dass man sich nicht bücke, den Sternen und Planeten zu dienen. Ach, Wenn auch dieser Sternendienst nicht im Bücken bestände. Aber was? Diese Findigkeit, Kleinfindigkeit. Aber was haben die denn mit den Planeten da? Das weiß keiner. Dass man nicht solchen Sachen dienen, welche zu den Sternen und Planeten gehören. Ach. Dass man nicht bei Sternen und Planeten schwören und veranlassen soll, dass die Abgötter selbst dabei schwören. Wisst ihr, was ich glaube, was das mit den Sternen und Planeten ist? Da war einer, der hat gesehen, okay, die Sterne bewegen sich immer so, aber manche von den Punkten bewegen sich ein bisschen anders. Da hat er angefangen, vielleicht ein bisschen dahinter zu kommen, dass sich das wiederholt. Konnte der vielleicht berechnen irgendwas. Und das fanden die vielleicht so furchtbar, dass das einer durchschaut hat, was sie nicht durchschaut hat. Da haben die gesagt, nein, das nicht. Das mit den Dingsbums. Nicht. Das nicht mal. Ach so, Wissenschaft. Vielleicht so Wissenschaft unterbinden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Gott will, dass niemand die Kinder Israels zum Sternen- und Planetendienst verleite. Ich glaube, ich mache mir ein Schild an die Haut. Niemand. Sternen und Planetendienst. Das solltest du nicht machen. Denn niemand darf abwehren, dass ein falscher, placher Prophet getrötet wird. Getrötet? Ist ja doof. Niemand, also, wenn ein falscher Prophet getrötet wird und man solle sich nicht fürchten, denselben zu töten. Boah. Und dann bin ich ein falscher Prophet, wenn ich Planetendienste abhalte. Ja, du kannst doch überhaupt keine Planetendienste abhalten. Kann ich aber wohl. Du sollst den Namen des Gottes nicht vergeblich führen. Aha. Ja. Das ist ganz interessant. Du sollst den Herrn nicht versuchen. Steht darunter. Du sollst den Herrn nicht versuchen. Gott. Ich habe mich ausgezogen. Gott so. Aber nee, das darf ja nicht. Ich glaube, diese Sache, das ist ganz interessant. Also, das hat dieses Verbot, den Namen Gottes zu führen. Gott heißt ja Yahweh. Der hat ja einen Namen. Aus dem kanaanitischen, ja, Kanon ist der ja runtergestiegen. Im Götterhimmel ist der ja runtergestiegen. Und dadurch, dass sie gesagt haben, wir wissen nicht, was das heißen soll. Du sollst den Namen des Gottes nicht vergeblich führen. Da haben sie gesagt, dann sagen wir den mal lieber gar nicht. Sondern nennen den nicht mehr bei Namen, sondern bei der Gattungsbezeichnung Gott. Und so ist, weißt du? Ja, und so ist aus... Wir sagen sozusagen nicht Neptun sozusagen. Genau. Das ist so einer von den Göttern, ist dann so, das ist der Gott geworden. Das ist so ähnlich wie googeln, heute nicht mehr, ich benutze Google heißt, sondern ich suche was im Internet. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Grund, warum es dann zu Richtung Monotheismus gewandert ist. Also der eine Grund, warum es in Richtung Monotheismus gegangen ist. Von das ist unser Gott zu das ist unser Gott. Ja. Und das alles, weil niemand genau weiß, was dieser Satz heißen soll. man kann auch sagen, ich google mit Bing. Ja, genau. Weil die haben es halt nicht geschafft. Und wenn da noch was irgendwas Interessantes... Ich google mit Bing, ich glaube. Du googelst mit Bing? Nein, ja. Google doch mal mit Ecosia. Vielleicht während ihr nichts Besseres zu tun habt, als sich über mich lustig zu machen. Ich will mal was verfolgen können, bitte. Reden wir doch jetzt vielleicht mal über so politische, organisatorische Gebote. Ja. Gebote, genau. Ich will jetzt mal machen müssen. Das ist so... Ja, das ist... Also Gott will, dass sich das Volk am Ende eines jeden siebten Jahres versammeln soll, um das Gesetz zu hören. Gott will, dass ich an jeder Israelite eine Gesetzesrolle schreibe. An jeder Israelite soll sich eine Gesetzesrolle schreibe. Das schätzt ja halt. Ich kann doch nichts dafür. Nein, nein, aber ich will das durchdringen. Gott will, dass man im Jubeljahre mit denen Trompeten blase. Das will ich auch. Dass der immer mit seinen Trompeten... Also manche Namen würde ich auch... Drei will ich schon mal... Dann gibt es so eine Art Mikroverfassung hier. Gott will, dass Israel einen König über sich setzen soll, dass man dem Großen Rat, dem Sanhedrin, gehorchen müsse, dass bei Gericht jede Sache nach der Mehrheit der Stimmen entschieden werde. Ah ja. Dass man Richter und Büttel in jeder Gemeinde Israels einsetzen solle und dass beim Gesetz keine unterschiedlichen... Ich glaube, hä? Ich glaube, keine Unterschiede gemacht werden sollen hinsichtlich der streitenden Personen. Ach guck mal, das ist ja schon fast modern, oder? Ja, ja, das ist so vormodern, dass man seinen Nächsten vor dem Gericht bezeugen müsse, wenn man es wahrhaft kann. Ja. Und nicht, wenn du es nicht kannst. Dass das Gericht die Zeugen gehörig ausforsche, um zu sehen, ob sie wahrzeugen. Ja. Das ist halt nicht mehr lächerlich, das ist halt so ein bisschen... Sinnvoll. Ja, sehr einfach, genau. Dann ist hier auch noch der eine, der furchtbarste Satz, einzelne Satz der gesamten Menschheitsgeschichte. Man geht hin und vermehret euch. Gott will, dass man fruchtbar sei und sich mehre. Ja. Das finde ich ganz hübsch. Gott will, dass der Mann sich seiner jungen Frau im ersten Jahre seiner Verheiratung freue, frei sei vor Kriege und von allen öffentlichen Geschäften. Ach. Guck mal, dann sollt er nicht zum Militär gehen und nicht arbeiten, sondern nur vögeln. Ja, ich glaube... Ein Jahr lang vögeln. So ist das gemeint. Und dann... Ja, es ist so irgendwie... Irgendwie ist das ja noch nett und dann ist es irgendwie unnett wieder, das Gericht kann durch das Schwert richten lassen. Auch durch den Strang. Auch durch das Feuer. Auch durch Steinigen. Auch durch Hängen. Auf jeden Fall, der Getötete muss am selben Tag noch begraben werden. Dann fängt er zu muffeln. Ja, und Leute werden krank. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Auf gar kein Ende. Jetzt kommt die Außenpolitik. Eben hatten wir ja schon die Mikroverfassung. Dass Gott will, dass man kein Bündnis machen soll mit den sieben Völkern. Dass man nicht einen aus den sieben Völkern leben lasse. Dass man die Abgöttischen nicht wohnen lasse im Lande. Dass eine israelische Tochter, israelitische Tochter, niemals einen Ammoniter oder einen Moabiter heirate. Dass man zur Zeit des Krieges den Amoritern und Moabitern nicht wie anderen Völkern Frieden anbiete. Aber, dass man zur Kriegszeit auch nicht fruchtbare Bäume verderbe. Und dann, aus Sicherheitsgründen nochmal, dass wir nicht vergessen, das Böse, das uns Amalek getan hat. Ja, ich meine, ja, hier sind noch so ein paar Sachen. Das ist Zinsverbot, das kennen wir auch. Dass man keinem Israeliten Geld auf Zinsen gebe. Dass man vom Geliehenen keinen Zins nehme. Und, offenbar war da jemand clever. Dass niemand Unterhändler sei, zwischen dem, der Zins nimmt und dem, der es ihm gibt. Auch kein Bürger, auch kein Zeuge, auch kein Schreiber des Kontrakts bei diesem Geschäft. Ja, okay, kein Aus. Kann man sich keine Lücke vorstellen, wie das passiert ist. Dass man kein Gefäß fände, das zur Speisebereitung dient. Also, ich darf dir nicht Sachen wegnehmen, weil du mir Geld schuldest, die du zum Überleben brauchst. Ach so. Aber nur bei Gefäßen. Okay. Das hätten sie jetzt auch anders schreiben können. Haben sie aber nicht. Gott will, dass man die Grenze nicht verrücke. Nein, das kann man nicht anders schreiben. Das ist der wille Gott. Ja, ich weiß, dass man seinen Nächsten nicht unterdrücken soll. Niemand soll Geld ableugnen, welches er demnächst schuldig ist. Niemand soll deshalb falsch schwören. Niemand soll betrügen, enthandeln und wandeln. Ja. Und auch nicht mit Worten. Und auch nicht einen Fremden. Und auch nicht einen Fremden mit Worten. Ach so, ach so, ach so. Dass man nicht falsch zeuge, dass kein Richter einen bösen Menschen fürchten und ihm deshalb Recht geben soll. Ich weiß nicht, wie man das als Regel feststellen kann, aber na gut. Ja, wieso? Kein Gottloser soll als Zeuge zugelassen werden. Auch kein Blutsfreund. Niemand soll unschuldig zum Tode verurteilt werden. Und was ist mit dem Planeten? Und dass man nicht nach Mutmaßung urteilt, sondern zwei Zeugen müssen die Sache gesehen haben. Ja. Und dass man keinen Schuldigen töte, wenn er nicht vorher verhört worden ist. Ja. Und dabei, dass man bei der Geißelung eines Schuldigen ihn nicht zu viel schlage. Hä? Und dann vielleicht noch als Satz, dass das über Israel kein Ausländer zum König gewählt werde. Ganz schön viele Regeln. Ja, aber es gibt, es tut mir leid, Leute, aber es gibt jetzt noch die Ad-Hoc-Regeln, davon habe ich auch ein paar ausgesucht. Ad-Hoc. Dass zum Beispiel eine Einzelperson ihr Opfer bringt, wenn sie zweifelt, ob sie eine Sünde begann hat, deren Wegen sie ein Sündopfer schuldig sei. Also besser, besser mal machen. Okay. Doppelt hält besser. Die Reinigung vom Aussatz geschieht durch zwei lebende Vögel und durch Zedernholz und hochrote Wolle. Hochrot. Ist so. Nicht schwachrot. Und, dass man eine rote Kuh verbrenne und deren Asche aus dem Lager bringen müsse. Dass man den Armen die Winkel des Feldes lasse. Oh. Dass man von jedem Teig einen Kuchen für die Priester absondern müsse. Absondern ist auch schön. Einen Kuchen. Oh, du musst ja wieder langsam mal einen Kuchen absondern hier. Und dass man einen Ort außerhalb des Lagers bezeichne, um Notbedürfnisse zu verrichten. Boah, das ist ja schon sehr Pfadfindermäßig. Ja, aber das kannst du dir doch ich, also bei diesen, ich stelle mir das immer vor, wie da irgendwelche, die alten Zauselmänner, die wahrscheinlich so sind wie die Taliban, saßen im Kreis und dann kam jemand gelaufen und hat gesagt, der hat, der hat ins Lager geschissen. Ja. Und dann sagt er, ja, das geht nicht. Das geht so nicht und dann ist das, schreib das mal auf. Und so ist das geworden. Garantiert. Garantiert. Und das hat nicht gereicht. Offensichtlich, darum haben sie noch einen nachgeschoben, Gott will, dass außer der Waffe noch eine kleine Schaufel dabei zu haben ist, um mit derselben die Ausleerungen zu bedecken. Ja, wie praktisch. Das ist wirklich so Pfadfinderbüchlein. Ja, ja, das sind Ad-hoc-Entscheidungen, Ad-hoc-Problemen, die jemand an ihn herangetragen hat. Die mussten sie irgendwie organisieren. Naja, Gott will, dass man den Arbeiter im Weinberg von der Frucht essen lasse während der Zeit, wenn er da arbeitet. Ja, guck. Und die sind jetzt, die Christen sind jetzt am rumoperieren, die hier, die Juden auch, was das wohl heißen mag. Dabei heißt das genau das. Heißt einfach genau das. Das heißt, jemand hat das geklaut, das war nicht geklaut. Genau, und er arbeitet den ganzen Tag in der heißen Sonne und pflückt deine Beeren, du reicher Mensch. Und jetzt lass den doch mal kurz ein paar Trauben essen. Das legen die dann so umständlich aus. Und dann steht hier auch noch, auch möchte man erwähnen, im Alten Testament, obwohl die Christen überhaupt, sie hätten das erfunden, Gott will, dass man alle seine Bundesgenossen lieben soll. Also seinen Nächsten. Gott will, dass man den Fremden lieben soll. Ach, den Fremden auch. Also Feindesliebe, ja, wie die Christen behaupten, sie hätten das erfunden. Ja, und dann aber auch, Gott will, dass man eine Jungfrau, wenn man genotzüchtigt hat, sie heiraten müsse. Ach, krass. Du kannst sie vergewaltigen, aber dann musst du sie auch nehmen, ganz nehmen. Ja, nee, umgekehrt, die Frau wird von dir gewaltigt, du musst sie dann heiraten. Ja, genau. Und diese Frau muss er Zeit seines Lebens behalten, er kann ihr niemals den Scheidebrief geben. Also alle anderen, kannst du dir einen Scheidebrief geben, dann bist du ja nicht mehr verheiratet. Ja. Aber ein Vergewaltigungsopfer muss den Täter nehmen. Wahnsinn. Dann ja, ziehe auch offensichtlich aus dem Alltag gegriffen, wer eine Jungfrau beredet und wohnt ihr bei, und der Vater will sie ihm nicht zur Frau geben. Der muss dem Vater 50 Schäkel zahlen. Oh. Nebst den anderen Kosten. Und dann muss der Vater ja sagen, oder was? Nee, Punkt, dann ist das so. Ach so. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ich dachte, dann hast du sie. Nee, dann hast du nur, dann bist du nur dein Geld los. Genau. Echt gehabt. Gott will, dass derjenige, der Schaden durch eine ihm gehörige Grube verursacht hat, diese ersetzen müssen. Solche ersetzen müssen. Ja, wenn jemand ein Loch fällt und du hast ein Loch gegraben und du hast das nicht, dann bist du schuld. Ja, okay. Ja, dass niemand sich aufs Weißsagen verlege, dass niemand zaubere, dass niemand magische Kunst treibe, dass niemand Geister beschwöre, niemand das Orakel befrage, niemand das andere Orakel befrage. Das ist ja geil. Niemand im Traum einen Toten trage, frage, dass kein Weib, nein, dass ein Weib keine Männerkleidung trage, dass ein Mann nicht Weiberkleidung trage, langweilig, dass niemand sich etwas auf den Leibe schreibt, wie diejenigen, welche zu Sternen und Planeten dienen. Da sind sie. Das sind meine Lieblings. Jetzt muss ich noch Amalek gleich wieder auftauchen. Dass niemand sich kleide mit zweierlei Stoffen. Mit zweierlei Stoffen? Seide. Du darfst halt nicht aus zwei Stoffen deine Kleidung machen, die muss halt aus einem Stoff sein. Ach ja. Das ist halt so. Dass niemand sein Haupt rundum abschere, wie es die abgöttischen Priester tun, ist es also jetzt offensichtlich, kommen die Schleifenlocken her, dass niemand sein Bad verderbe. Verderbe? Wie es die abgöttischen Priester tun. Aber heißt Bad verderben, wenn man da nichts drin lässt? Ja, nee, du sollst ja nicht abschneiden. Ach so. So, auch hier offensichtlich aus einem Ad-Hoc, eine Lösung für ein Ad-Hoc-Problem. Wer Wein getrunken hat, der darf nicht in den Tempel gehen. Und auch nicht das Gesetz lehren. Der ist immer betrunken, wir verstehen nichts. Und dann kotzt er immer hinter den Altar. Auch offensichtlich war es, was man bestimmen musste. Gott will, dass kein Priester eine Hure zur Frau nehmen. Und keine Geschwächte und keine Vertriebene von ihrem Mann. Und der Oberpriester darf keine Witwe heiraten. Und der Oberpriester darf auch keine Witwe ohne Verlobung beschwägern. Zerrissene Kleider darf er nicht anhaben. Und er darf auch nicht während seines Dienstes aus dem Tempel rausgehen. Manchmal fragt man sich auch, wie sie darauf gekommen sind. Gott will, dass man kein Glied von einem noch lebenden Tiere essen darf. Gott will, dass man nicht esse und trinke wie Fresser und Säufer. Das ist ja total spezifisch jetzt. Gott will auch, dass man im Weinberg kein Getreide und keine Kräuter sähe. Man soll dem Tagelöhner Lohn nicht zurückhalten, dem Gläubiger kein Pfand mit Gewalt nehmen. Oh, Gott will, dass man das Recht nicht verdrehe. Das finde ich auch sehr wichtig. Dieses Recht, was du gerade vorliest? Ja. Und dass man das Zeichen des Aussatzes nicht verheimliche. Dass niemand den Nächsten verleumde oder im Herzen hasse oder beschäme oder sich niemand räche und auch keinen Hass nachtrage. Und nach all diesen schönen Sachen, dass man weder baue noch behaue das felsige Tal, in welchem eine junge Kuh totgeschlagen werden musste. Hä? Hä? Da kann man aber wirklich auch mal ein paar Monate drüber diskutieren. Gott will, dass der König sich nicht viele Pferde halte. Dass er sich nicht allzu viele Weiber nehme und auch nicht viel Gold und Silber anhäufe. Oh. Und dann kann man sich noch, das kann ich mir wirklich so vorstellen, wie die sitzen im Kreis und der Dorfidiot hat wieder was gemacht und jemand kommt und sagt, der hat wieder was gemacht und der soll das nicht machen. Und dann sagen, ja, der soll das nicht machen und haben das mal aufgeschrieben. Und da kommt dann sowas rum wie bei Gott will, dass niemand seiner Mutter Scham enthülle. Auch nicht der Schwesterscham. Auch nicht die seines Vaters Weib. Nein, und auch nicht die der Schwester von Vater und Mutter Seite. Und auch nicht die der Tochter seines Sohnes. und nicht die der Tochter seiner Tochter. Das ist keine Satire. Ich lese das alte Testament voll. Welche Scham bleibt er dann noch zum Enthüllen? Also, weiß ich nicht, aber auf gar keinen Fall darf niemand die Scham seiner Tochter enthüllen. Und die Scham seines Weibes und zugleich die ihrer Tochter. Auch nicht die der Tochter ihres Sohnes oder die der Tochter ihrer Tochter. Bitte nicht. Auch nicht die der Schwester seiner Mutter oder die der Schwester seines Vaters. Aber darf ich dann? Genau, und so bei der nächsten Sitzung kommt schon wieder, der hat schon wieder, der hat schon wieder, der aber. Deshalb, Gott will, dass niemand die Scham des Weibes seines Vaters Bruders enthülle. Ach, das auch nicht. Und auch nicht die Scham des Weibes seines Sohnes. Dass niemand die Scham seines Bruders Weibes enthülle. Dass niemand seines Weibes Schwester Scham enthülle. Auch nicht die einer unreinen Frau. Auch nicht die eines anderen Weibes. Und dass niemand einem Vieh beiwohne. Okay. Also ganz schön viele Schame sind ausgeschlossen. Dass ein Weib sich nicht von seinem Vieh beweiwohnen lasse. Also, dass niemand mit einem Mann es zu tun habe. Also, die Adressanen sind natürlich immer Kerle. Frauen kommen nicht vor. Dass niemand die Scham seines Vaters enthülle. Auch nicht die seines Vaters Bruder. Dass niemand aus Lust sich mit Also, wir müssen das jetzt allgemeiner fassen, weil so geht das nicht weiter. Und dann haben sie gesagt, Gott will, dass niemand aus Lust sich ihm verbotenen Weibern näher. Durch Umarmung, Küssen, Augenzwinkern, Mund zuschließen und so weiter. Mund zuschließen. Genau, also unter den Rock gucken, wer hat, was weiß ich, das durfte man ja nicht, aber hat man sich durch Mund zuschließen, Küssen, umarmen und Augenzwinkern genähert. Und so, das schreien wir nicht alles nochmal. Es ist alles verbunden. Sonst wären es 1613 Gebote geworden am Ende noch. Vielleicht enden wir irgendwie ganz versöhnlich, auf absurde Art und Weise. Wer seiner Frau einen bösen Ruf gemacht hat, der darf sie nie verlassen. Aha. Ja, das ist ja nur fair. Weiß ich nicht genau, was ich davon zu halten habe. Also, irgendwie da den in den Griff zu kriegen, das ist alles ausgesprochen primitiv und unsystematisch. Ja. Das ist auch eigentlich gar kein Wunder, das sind so Ad-Hoc-Regeln oder sagen wir mal, wie ich vermute, diese drei Stränge sind zusammengeführt worden von irgendwelchen Hirtenkulturen und die Hirtenkulturen sind dann weitergewachsen und haben eine Stadtgesellschaft gebildet, ohne ihre Regeln anzupassen, weil die nämlich schon aufgeschrieben waren und dann ist es ja schwer, wenn man sowas in geschrieben ist als total wichtig erachtet. Ich gehe also davon aus, dass als die Tora fixiert worden ist, weil wir vermuten können, irgendwann im siebten und sechsten Jahrhundert vor der Zeitenwende waren die schon altmodisch. Das war da schon altmodisch. Aber lustig, dass da man so viel Arbeit reinstecken muss, um diese Gebote aus der Tora zu extrahieren. Ich meine, man würde ja vermuten, dass die Tora daran interessiert ist, dass das ja, das ist oft sehr umständlich beschrieben. Aber was hier zum Beispiel auch eins dieser Unsere Pizza kommt. Achso, und was interessant ist und was vielleicht den Bogen schließt zu dem ersten Segment, was wir haben, eins dieser 613 Gebote ist halt auch, dass unter bestimmten Umständen die Abwendung vom Judentum mit dem Tod zu bestrafen ist. Aha. Und so wie die mit ihren Regeln umgehen, würde ich sagen, das ist der Grund, warum die niemals akzeptieren, dass man vom Judentum abfällt. Ja, wenn das also so explizit steht, dann lieber nicht. Genau, dann ist das einfach nicht so. Anstatt zu sagen, ja scheiße, dann müssen wir den jetzt umbringen oder wir halten uns halt nicht dran und sagen so, ach du bist gar nicht abgefallen. Ach das ist egal, du bist gar nicht abgefallen. Ach so meinst du das? humanistischer Jude. Ach so, du bist jetzt atheistischer Jude. Ach so. Deshalb akzeptieren die, wenn die unter diesem, es geht nur für bestimmte Umstände, es geht nämlich darum, dass du dich, du wirst es dich glauben, vor der Sonne, dem Mond oder anderen Himmelssternen niederwirfst, wenn du das Judentum verlässt, aber da niemand weiß, was das heißen soll, ist man besser vorsichtig und anstatt zu sagen, ja nee, das Gesetz gilt, Kopf ab oder ab in den Bau oder was auch immer, sagen sie, du bist überhaupt nicht ausgestiegen. Wir akzeptieren einfach nicht, dass irgendjemand aussteigt. Okay, dann schützen die dich vor dem sicheren Tode, indem die sagen, du bist eigentlich immer noch dabei. Ja, schützen sich aber auch, weil das würde dann auch außerhalb der Gemeinschaft der Juden zu Problemen führen. Ja. Also Fazit ist, für mich, zentral für die Entwicklung des Judentums ist der Umgang mit der Tora, also diesen göttlichen Gesetzen, den göttlichen Geboten, und sicherlich auch die Heilsgeschichte, also nicht so sehr die wirklich, also zum Teil die wirklich jüdische Geschichte und je älter sie wird, desto weiter geht sie auch in die Heilsgeschichte über, das war gar nicht so. Aber die Heilsgeschichte, die dann in die historische Geschichte übergeht und diese Tora, das ist eigentlich das, was die Leute beschäftigt. Daraus sind all diese Strömungen, die Lehrmeine und die Gebräuche entstanden, bis in die Kleidung, die Nahrung. Ich habe jetzt nicht vorgelesen, da steht auch drin, dass man ein Geländer um sein Dach machen soll. Ja. Ja, weil sonst fällt jemand runter, dann bist du schuld. Ja. Schon mal die erste Haftlichen. Oder immer schön, bitte hab immer deine Schaufel dabei. Ja, das ist ja blöd. Haben die denn ihre Schaufel dann auch dabei? Ich frage das immer mal, wenn Christen mir sagen, sie halten sich an die Gebote der Bibel, dann frage ich sie, wo ihre Schaufel ist. Das ist großartig, fallen denen immer die Kinnladen runter. Ja. Und ja, also in welcher Form ist das zu beachten oder zu überwinden oder zu ignorieren oder als Folklore zu betrachten oder sich irgendwie darum rauszuwinden? Und wie kann man das, haben wir eben schon gehört, wie kann man das beachten der Gesetze mit dem Leben in der serialen Welt durch die Hunderte mit ihren Abhängigungen, mit ihren Abhängigkeiten auch von Außenseitern vereinbaren? Ich habe so den Eindruck, dass das ist halt, was die Leute irgendwie motiviert oder ausmacht zu den religiösen Kern dieser Sache. Also ich weiß nicht, sagen wollte, das ist der Umgang mit den Gesetzen, die schwierig sind und die man nicht einhalten kann, weil man noch nicht weiß, was das bedeutet. Weil man versteht es nicht. Ich verstehe es nicht. Israel hat keinen König, weil wir haben ja gar kein Israel. Und du kannst dich also nicht einhalten. Und im Zentrum für das historische Selbstverständnis der Leute, heute mag das anders sein, in vielen Kreisen, ist halt, wie gehe ich damit um? Mit diesem göttlichen Gesetz. Ah ja, okay, genau, klar. Und daraus sind all die Strömungen entstanden, daraus sind all die Lehrmeinungen entstanden und die Gebräuche, die halt bis zur Kleider und zur Nahrung gehen. Ja, okay, ja. Die verschiedenen Ansätze damit umzugehen, dass man einen Satz von Regeln hat, an dem man sich unbedingt halten will, das aber eigentlich gar nicht kann. Das geht halt nicht. Ja, genau. Als das erstmal feststand, habe ich nicht den Eindruck, ist alles andere, faltet sich auf. Doof, wenn man sich nicht daran traut, das mal umzuschreiben, wenn das gar nicht mehr zu dem modernen Leben passt. Ja, 20 Prozent scheinen sich ja irgendwie schon darüber klar zu sein, dass das irgendwie komisch ist. Und diese Reformjuden ja auch, das sind ja auch nochmal 40 Prozent. Das sind ja schon recht viele. Ja, stimmt. Über die Hälfte. Oder ungefähr die Hälfte oder so. 60 Prozent. Also man muss diese Zahlen halt sehr mit Vorsicht beachten, genießen. Denn die Leute ordnen sich selbst einer Gruppe zu. Das heißt ja nicht, dass sie das wirklich glauben. Wir haben ja auch viel mehr Leute, die sich der evangelischen Kirche zuordnen, als überhaupt an irgendwas glauben. Ja. Das heißt, das müssen nicht nur diese 20 Prozent humanistische Juden sein, die Atheisten sind. Das können quasi fast alle sein. Ja. Das wird so nicht sein. Das wäre sehr merkwürdig. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, weil diese halt die Juden, die eher, ich weiß nicht, konservativ, das ist ja die eine Strömung, oder die Orthodoxen, die sind halt auch etwas auffälliger, ne? Ja. Vielleicht denkt man deshalb so, die sind, das sind mehr. Die prägen das Bild mehr als die anderen. Ja, die sind ja auch interessanter. Ja, ja, klar. Und die anderen prägen das Bild halt auch nicht, weil sie es eben auch nicht so machen. Aber was ganz interessant ist, ja, ist dann dieses Muster, kulturelle Muster, dass wir, die sich so abspalten und so offensiv anders sind, anders aussehen und sich an andere Regeln halten, dass die deshalb so erfolgreich sind, eben einfach weiter existieren. Dass wenn die anderen, die gesagt haben, wir sind halt jetzt wie die Evangelien und wir ziehen uns auch so an und halten auch die Regeln, also verschwinden sie. Ne, das ist halt diese Kulte, dieses kulturelle Muster, stark sein durch Abgrenzung, dass das irgendwie funktioniert. Dass es jetzt zum Teil menschenfeindlich ist, will ich da gar nicht in Abrede stellen. Ja, aber es ist die Frage, wie lange das erfolgreich ist. Das ist ja jetzt, das gibt es ja noch nicht so lange im Verhältnis. Ob das jetzt, also ich glaube nicht, dass das so eine große Zukunft hat. Wie du ja eben gesagt hast, ich glaube, dass das irgendwann aufbricht. Ja, diese ganz extremen Fälle schon vielleicht, aber ich meine, das Judentum als kulturelles Ding ist ja relativ erfolgreich. Das hat, also die behaupten zwar, sie hätten, sie wären quasi fast identisch, auch kulturell mit den Juden von vor zwei oder vor zweieinhalbtausend Jahren. Ich glaube, die haben nichts mit denen gemeinsam. Auch die Chassiden nicht. Oder die, wie hießen die Kollegen? Satmara. Die Satmara? Ich glaube nicht, dass die irgendwas mit denen gemeinsam haben damals. Weil sie bilden sich das bloß ein. Glaube ich auch nicht. Das geht ja gar nicht. Also auch nicht nur genetisch, sondern auch wirklich die Sachen ausziehen. Ja, ja, eben. Nee, glaube ich auch nicht, dass das möglich ist. Nee, das wäre schon komisch. Was mündlich überlieferte Dingsbums, was man sich immer weiter flüstert, also allein das schon. Das ist ein großartiger Erfindung. Über tausende Jahre. Aber 13 Millionen Juden ist auch gar nicht viel, ne? Nee, also die Bedeutung dieser Religion oder Gruppe ist also überdimensional groß, weil die anderen sich halt deren Tradition genommen haben. Ja, und umgebaut haben zu ihrem eigenen. Und das war also in dem Moment, als die Christen die jüdischen Riten und die jüdische Tradition übernommen haben, waren die Juden halt quasi zum Tode verurteilt, ja? Oder zum Leid verurteilt. Dazu mehr in der nächsten Folge? Gerne. Wir hoffen, wir haben euch heute so ein paar coole Aspekte des Judentums näher gebracht. der zweite Teil wird sich mehr darauf konzentrieren, wie es früher war. Ist so. Mehr in die Vergangenheit wollen wir gucken. Das werden wir aber noch gründlich vorbereiten und euch dann kredenzen, wenn es soweit ist. Bis hierhin sagen wir schon mal Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt auf eure Kommentare in der Unterdingsdabumsdabar auf mannglaubtesnicht.wordpress.com Wir freuen uns auch, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt auf Spotify, iTunes oder überhaupt irgendwo im Internet. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!